Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen demütig, weil ich immer sage, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, weißt du so, jetzt nicht hier durchdrehen, weil der Tag, an dem du die alle wieder brauchst, der kommt. Und wir alle sollten nicht so vermessen sein zu glauben, dass wir es alleine können, sondern wir sind alle darauf angewiesen, immer wieder auf Leute, die uns im richtigen Moment auffangen, an unserer Seite bleiben und wenn es schwierig wird, trotzdem sagen, egal, wir ziehen gemeinsam durch. Als damals das Ding mit Wetten, dass nicht so richtig funktioniert hat, zumindest in der veröffentlichten Wahrnehmung vor allen Dingen, blieb das ZDF sehr klar an meiner Seite und das ist groß. 500 Folgen OMR Podcast, ehrlicherweise nicht alle hier auf YouTube, trotzdem würde ich sagen, vielen, vielen Dank an alle, die die eine Folge gehört haben oder die sogar noch viel mehr Folgen gehört haben. Und das ermöglicht meinen Job, ich liebe meinen Job und ganz besonders an Tagen, wo mir große Ehre zuteil wird, wie in der 500. Folge, als nämlich der wahrscheinlich relevanteste, wichtigste Fragensteller der Nation, der Markus Lanz, hier zu dem kleinen Branchenfragensteller Philipp Westermeyer zu Besuch gekommen ist, sodass ich dann im 500. OMR Podcast ihm meine Fragen stellen konnte zu seinem Leben, seiner Karriere, ob er 300 Liegestütze am Tag schafft, wie viel man so verdient mit so Fernsehshows und was man sonst auch Markus Lanz so alles fragt. Auf geht's ins Gespräch mit Markus Lanz. Herzlich willkommen, Markus Lanz. Freue mich, danke dir. Markus, bevor wir zu den gemeinsamen Projekten und den Podcasts und so kommen, wenn man dich ein bisschen kennt und alle, die hier zuhören, kenne dich ja zumindest ein bisschen, was vielleicht vielen nicht so klar ist, du kommst aus extrem kleinen Verhältnissen in Tirol und bist dann trotzdem so in so eine Medienrichtung gegangen. Eigentlich denkt man ja, dann will man erst mal Geld verdienen, geht in die Wirtschaft und so, aber das war bei dir nicht so. Das muss ich nicht ausschließen. Ja, okay. Aber am Anfang war das nicht deine Ambition, dich da rauszuarbeiten und du wolltest in die Medien oder wie ging es los? Ich wollte eigentlich immer Musikproduzent werden. Das war eigentlich das Ding und deswegen dachte ich, wenn ich schon mal beim Radio bin, dann bin ich schon mal nah dran. Radio Hamburg auch hier, ne? Ja, später, genau. Aber erst mal da in Südtirol, das ist ja schon ein italienisches Staatsgebiet. Genau, und dann ging es irgendwie, ich hatte ja immer Lust auf Radio vor allem, deswegen mag ich Podcast auch so gerne. Deswegen sitze ich jetzt im Gegensatz zu dir hier auch mit Kopfhörern, weil ich das wahnsinnig gerne mag. Das erinnert mich, so dieses alte Radiogefühl. Podcast ist ja was furchtbar Modernes natürlich, aber für mich ist es einfach Radio in digital. Aber du hattest das Gefühl, dass die Musik dich quasi aus diesen Verhältnissen, ich meine das ist ja wirklich, wenn man das so nachliest, klang ja schon sehr bedrückend auch. Ja, genau, ja. Also Geschichte ist auch bekannt. Ich habe meinen Vater früh verloren und dann hat meine Mutter sehr gekämpft, um uns da irgendwie durchzubringen. Und wir alle haben sehr gekämpft, auch meine Geschwister. Und das haben wir irgendwie, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber man wird dann sehr schnell erwachsen. Das ist das, was passiert. Und dann war irgendwie immer klar, okay, jetzt Kohle verdienen. Deswegen tue ich mich auch immer so schwer, wenn dann Leute kommen und mir erzählen, Geld ist nicht so wichtig im Leben und Geld ist nicht alles. Und dann sage ich immer, du warst auch, ich kann dir relativ verbindlich sagen, also ohne Kohle ist auch schwierig. Aber trotzdem, also umso mehr finde ich es beeindruckend, dass du dann auf so eine künstlerische Musik-Radio-Welt gesetzt hast, weil die ist jetzt ja nicht, die sofort nach Geld riecht. Nein, nein, genau. Nein, es ging natürlich, das ist übrigens ein total interessanter Punkt eigentlich, Philipp, wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass wir alle Talente und Fähigkeiten haben. Und ich habe mal mit Til Schweiger darüber gesprochen, der sagte, weißt du, ich sitze manchmal im Taxi und dann denke ich, wahrscheinlich ist der Typ, der da vorne jetzt am Steuer sitzt, der viel bessere Schauspieler als ich. Okay. Und das war sehr lustig, weil ich dann zu ihm sagte, mit Sicherheit ist das so in deinem Fall. Aber ich verstehe den Punkt, ja. Und Til hat ja auch ein Riesending gemacht und einfach sehr fokussiert, hat das durchgezogen, das bewundere ich auch an ihm. Und gegen alle Widerstände, ne. Das war ja auch einer, der nicht einfach so umarmt wurde und willkommen geheißen wurde, sondern der musste richtig arbeiten. Und tatsächlich ist das so. Ich glaube, wir alle haben Fähigkeiten, von denen wir manchmal nichts ahnen. Und dann kommt so ein Sicherheitsgedanke rein. Gerade bei jungen Leuten erlebe ich das auch. Ich bin immer entsetzt, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich zum Beispiel höre, Unis, Uni-Absolventen, die mir dann sagen, du pass auf, wenn ich das jetzt studiere, dann habe ich nachher eine 65% Wahrscheinlichkeit, im ersten Jahr 100.000 Euro zu verdienen. Das macht mich fertig. Dann denke ich immer, das ist doch nicht das Leben. Wir können doch nicht ernsthaft anfangen, alles vermessen zu wollen und alles berechnen zu wollen. Das ist grotesk. Aber das ist natürlich der Zeitgeist, der dazu führt, dass wir selbst das dann noch so versuchen auszurechnen. Und das ist aber wahnsinnig gefährlich, weil da ist ja eine große Verführung drin. Wenn dir einer sagt, pass auf, wenn du das studierst und du verdienst dann mit 85%iger Wahrscheinlichkeit 800 Trilliarden im ersten Semester, dann wird es natürlich schwierig, sich dagegen zu entscheiden oder vielleicht für das zu entscheiden, was dein Herz dir wirklich sagt. Weil dann die Statistik sagt, nee, pass auf, da verdienst du mit 35%iger Wahrscheinlichkeit 10.000 Euro im Monat und mit 99%iger 100 Euro. Also wenn du dir sagen, du hast dich da jetzt nie nach dem Geld leiten lassen, sondern... Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, wir müssen das machen, was uns wirklich... Das ist doch bei dir genauso. Hast du... Du verdienst unfassbar viel Geld. Endlich sitze ich mal einem Milliardär gegenüber. Ja, genau. Genau, ja, korrekt. Nein, ich bewundere das, was du da machst, ja, auch mit dem Festival und so weiter, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist groß. Aber das ist doch nicht Geld getrieben, erst mal. Sondern erst mal, das spürt man bei dir ja immer in jeder Sekunde, erst mal geht es darum, etwas zu machen, was du wirklich willst. Klar, aber ich glaube, ich habe jetzt auch keinerlei reiche Eltern, aber ich hatte nicht diesen Druck, den ich jetzt bei dir so rausgelesen habe. Nee, aber weißt du, Philipp, großes Missverständnis. Den Druck gab es in gewisser Weise, weil man natürlich sozusagen den täglichen Lebensbedarf und so weiter, das muss man decken, nirgends klar. Und die Frage, ich hatte ein uraltes, mein erstes Auto war ein Fiat Ritmo, der war so von Rost zerfressen, dass man, wenn man aufs Gaspedal guckte, konnte man einfach den Asphalt mit beobachten. Ja, dann fuhr man so über die Passstraße und konnte mal gucken, wo der nächste Hubel kommt. Aber nicht durch die Scheibe, sondern einfach durch den Boden, ja. Und man wusste nicht genau, wenn die Karre auseinanderfällt. Also insofern war Geld verdient schon wichtig. Aber ähnlich wie bei dir wahrscheinlich auch, ich glaube, da haben wir eine Parallele, hatten wir da eine große Freiheit. Mir tun immer so ein bisschen leid, diese Leute, die dann so in dieses dynastische Denken reinkommen. Weißt du, du kommst aus so einer Unternehmerfamilie, große Familie. Und du musst es weitermachen. Genau. Und dann musst du irgendwie Rohre verkaufen, obwohl du gar keinen Bock hast, Rohre zu verkaufen. Vielleicht wolltest du lieber Koch werden oder keine Ahnung, was verstehst du? Und die haben dann immer diesen Druck aus so einer Familie, da kommt richtig Power. Und auch immer die Gefahr, wenn du das nicht machst, dann ist die Kreditkarte weg, mein Freund. Und das ist halt schwierig. Und deswegen fand ich meine Situation immer besser. Ich hatte gar keine Kreditkarte, weißt du. Ich hätte nie eine bekommen. Und dieses Geräusch, weißt du. Standst du mal an einem Geldautomaten, der deine Karte angezogen hat? Schon lange her. Aber hast du mal erlebt? Ich habe das mal erlebt, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber es war noch nie so schlimm. Ja, mir ist dieses Geräusch sehr vertraut. Du schiebst das Ding in diesen Geldautomaten rein und wartest darauf, dass er sagt, jetzt die PIN eingeben. Und dann hörst du plötzlich und dann ist die Karte weg und es passiert nichts mehr. Und du denkst, okay, einfach bis zum Anschlag im Dispo. Das ist natürlich nicht gut. Umso erstaunlicher. Aber es macht dich frei, weißt du. Das will ich damit sagen. Also es macht dich offensichtlich so frei, dass du jetzt in der heutigen Zeit, wo du jetzt ja auf einem sehr hohen Level angekommen bist, trotzdem auch diese Freiheit so interpretierst scheinbar, wollte ich dich eigentlich später fragen, dass du bewusst auch auf Geld verzichtest. Und ziemlich viel eigentlich. Weil man sieht, du könntest, das weiß ich, sehr viel Werbung machen. Partnerschaften eingehen mit Fashion-Marken sicherlich, mit Automobilmarken, mit Banken. Ich bin mir ganz sicher. Fashion, dafür muss man gut aussehen. Ja, ja, also wenn ich dürfte, ich könnte für dich ganz viele Verträge abschließen. Aber du machst das gar nicht. Während ja auch andere im Öffentlich-Rechtlichen, also die deine Flugkuhl hatten, Thomas Gottschalk, viele andere, Johannes Beckerner in den vorherigen Zeiten, haben das gemacht. Warum machst du das nicht? Naja, weil es natürlich am Ende geht es dann schon um eine gewisse Distanz, die man immer versuchen muss zu haben. Und bestes Beispiel, angenommen, du würdest jetzt Werbung für Volkswagen machen. Und ich finde, Volkswagen ist ein großartiges Unternehmen, das ist ein riesiger Automobilkonzern. Und jetzt hast du plötzlich diesen riesigen Dieselskandal. Du bist das Markengesicht von dem, das machst du dann. Wie kannst du unbefangen kritisch sozusagen darüber sprechen? Und umgekehrt natürlich auch toll. Ich meine gerade mit Herbert Dies, dem VW-Chef, hatte ich ein legendäres Interview, von dem ich neulich gehört habe, dass es auch an Unis gezeigt wird. Da gab es einen Moment, der ist für mich unvergessen. Ich hatte mir morgens beim Laufen so überlegt, wie wir dieses juristisch sehr heikle Wörtchen Betrug ansteuern könnten. Und ich habe es mir so überlegt, dass ich dachte, ich muss ihn ein bisschen verführen. Ich muss es so machen, dass er eigentlich nicht anders kann, als Ja zu sagen auf die Frage, ob das eigentlich Betrug war. Wissend, dass das juristisch heikle ist. Und ich steuere diese Frage an und er sagt, ja klar war das Betrug. Ich denke, das hat er jetzt nicht gesagt. Und dann kurze Pause und dann sage ich zu ihm vorsätzlicher Betrug. Und dann erstarrte sein Gesicht und dann gab es eine Pause. Die fühlte sich für mich an wie drei Minuten, ich glaube es waren fünf Sekunden, totale Stille. Und ich sagte nichts und er sagte einfach gar nichts mehr. Ah, realisiert, das war jetzt gerade ein Problem. Ja, genau. Und danach waren Anwälte am Start. Bis heute, das hat ja, glaube ich, richtig nach Wellen gestanden. Ja, ich glaube, es ging ja um die Frage, ist schon sehr interessant. Und da merkst du halt auch, unter welchem Druck diese Leute stehen. Ich wollte ihn ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber tatsächlich muss so jemand dann sofort denken, okay, welche Konsequenzen hat das? Und im Zweifel, das wurde dann angefordert, auch von den Ermittlern in den USA. Und wenn du dann plötzlich merkst, okay, da kommt jetzt die Staatsanwaltschaft, schwierig. Deswegen müssen die so wahnsinnig aufpassen. Und andererseits fordern wir immer, geht doch nach vorne, große Wirtschaftsleute. Erklärt euch. Erzählt doch mal, was ihr vorhabt und so weiter. Erklärt doch mal eure Vision für die Welt von morgen. Und Herbert Diess, den ich wirklich schätze, deswegen, weil er das macht, ist aber immer mit einem Bein am Abgrund. Wenn du gerade so einen Weltkonzern leitest, dann hat das im Zweifel riesige Konsequenzen. Ist das auch ein Grund, warum bei dir in der Show relativ wenig Wirtschaftsleute, oder gerade auch DAX- oder MDAX-Leute sind? Die sind schwer zu kriegen, tatsächlich. Also die würdest du dich schon häufiger gerne da haben? Total. Ich bin ein totaler Wirtschaftsfan, deswegen beneide ich dich immer. Du hast die Leute ja immer. Zu dir kommen sie alle. Oder ich fahre da hin. Vielleicht ist das das. Aber das wollte ich nicht mehr wirklich fragen. Das heißt, du sagst irgendwie, wenn du jetzt einen Christian Seewing oder eine Blume von Porsche oder so. Christian Seewing hat neulich was total Interessantes gesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das ist der Deutsche Bankchef, ja. Der Deutsche Bankchef, genau. Der sagte, erst das Land, dann das Unternehmen. Das ist irre. Das ist ein völliger Paradigmenwechsel. Das wäre Generationen von Deutsche Bank-Sprechern vor ihm im Leben nicht eingefallen. Ah, das habe ich bei dir gesagt. Nein, aber das hat er irgendwo in einem Interview gesagt oder auf einem Kongress oder in einer Mitarbeiteransprache. Aber mit einer würde er nicht kommen. Bei Seewing muss ich jetzt sagen, ich glaube, wir haben es gar nicht probiert. Aber sollten wir mal. Guter Hinweis. Danke. Und bist denn du auch insofern Wirtschaftsfan, dass du jetzt sozusagen, ich finde das immer interessant, ein gutes Gefühl hast für Wirtschaft? Oder soll ich dich jetzt fragen, was ist eine Zalando gerade wert als Firma an der Börse? Würdest du da ein Gefühl für haben oder nicht? Bei Zalando jetzt tatsächlich nicht. Ich schaue auch nie so genau jetzt auf die Kapitalisierung. Also was ist da jetzt genau die Marktkapitalisierung? Zumal es ja auch alles immer sehr volatil ist und dynamisch, genau. Aber ich habe eine Idee davon, wie das so läuft. Ich habe neulich, ich beschäftige mich immer so gerne mit Leuten wie Warren Buffett und solchen Leuten. und der sagte neulich, ging es um Börsenstrategie und hat etwas Großartiges gesagt. Er meinte, ich mache es immer so, ich kaufe etwas, was ich wirklich mag, zu einem Preis, den ich wirklich mag. So einfach kann es sein. Dann lege ich mir das hin und dann warte ich einfach 20 Jahre. Und dann sagte der Interviewer, ja, aber wenn das so einfach ist, warum machen das denn nicht alle so? Und dann sagte er etwas total Interessantes. Er sagte, ja, weil die Leute alle schnell reich werden wollen, aber man kann nur langsam reich werden. Das fand ich total gut. Keiner möchte langsam reich werden. Alle wollen ganz schnell reich werden. Du ja auch. Bei dir hat es ja funktioniert. Ja, ja, ja. Aber sag mal so. Aber du weißt, was ich meine. Total. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, das ist diese Value Investing. Und das ist auch wieder das Ding, geht es immer nur um Geld? Geht es wirklich nur um sozusagen den schnellen Profit? Und dann geht es eben nicht, sondern es geht darum zu gucken, was macht dir Spaß? Woran glaubst du wirklich? Und dann investierst du. Also was ich mich frage beim Thema Wirtschaft. Ich meine, wir machen ja einen Wirtschaftspodcast und ich bin immer frustriert, dass die jetzt, klar, es hören jetzt vergleichsweise viele Leute für Podcastwelt und so zu. Das ist auch alles okay. Aber ich finde, auf 80 Millionen Deutsche bezogen, wenn ich jetzt mit irgendwie einem Gründer von Zalando oder HelloFresh oder diesen Firmen oder auch spreche, sind es dann immer nur 60, 70, 80.000 Hörer. Und es müsste doch eigentlich, oder auch das Manager-Magazin, irgendwas Neutrales. Ein tolles Magazin, aber es lesen auch nur 60, 70, 80.000 Leute. Ich zum Beispiel. Ich habe ein Abo. Ja, aber es ist ja, okay, siehst du. Ich lese wahnsinnig gerne das Manager-Magazin. Aber es sind zu wenig Leute. Also ich meine, es müssten sich doch eigentlich viel mehr Leute für Wirtschaft interessieren. Und du merkst es bei euren Quoten auch, wenn ihr Wirtschaftsleute einladen, dass das dann vielleicht einfach nicht gut funktioniert? Nö, das würde ich so nicht sagen. Nee, das ist ja, ich muss dich da jetzt ein bisschen trösten, Philipp. Wenn du sagst nur 60, 70.000, aber welche 60, 70.000, das sind doch Top-Leute, die dann dazuhören. Die besten, Philipp. Die besten. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann eine ganz besondere Zielgruppe und sind vielleicht interessante Multiplikatoren und so weiter dabei. Es ist immer die Frage, wie man auch kriegt. Was war denn für dich sozusagen das Most Impactful-Gespräch? Also hast du das gerade von Herrn Diess erzählt, dass er reist eine lange Zeit nach? Interessant, ja. Und ich, also, genau, Herbert Diess, der dir einfach mal erklärt, was Phase ist. Und du siehst auch, ich meine, ich weiß noch, der ist belächelt worden, von vielen auch aus der Autobranche, die haben gesagt, jetzt macht er hier alles auf Elektro, damit sie ihren komischen Diesel-Skandal loswerden und so weiter. Heute zeigt sich, wie visionär das ist. Absolut. Und wenn du, aber das Beunruhigende daran ist wiederum was anderes. Wenn du mit solchen Leuten sprichst, dann sagen die dir, was ist der Wettbewerbsvorteil von Tesla zum Beispiel? Und dann sagen die dir Folgendes. Auch bei Toyota sagen die dir das. Die sagen dir, wir können so ein Model S oder was auch immer, das zerlegen wir bis auf die letzte Schraube. Und das können wir alles und das verstehen wir auch alles und vieles davon können wir auch besser, ja. Bis wir zum Prozessor kommen. Und dann ist Feierabend. Dann kommt sozusagen das Herzstück der ganzen Geschichte, dann kommt die Software und da merkst du plötzlich, Tesla ist eigentlich gar keine Autofirma, sondern das ist eigentlich eine Software-Schmiede mit angeschlossener Autowerkstatt. Das ist es eigentlich in Wahrheit. Und dann sagt dir jemand wie Herbert Diess auf die Frage, wie weit sind die uns voraus? Sagt er, fünf Jahre, sechs Jahre. Und dann kriegst du mit, wie die dann anfangen bei VW, die besten Leute im Bereich Software und so weiter, alle zusammenzuziehen, um das irgendwie aufzuholen. Und dann triffst du ihn das nächste Mal und fragst, wie ist denn jetzt der Abstand zu Tesla? Und dann sagt er, zehn. So, gefühlt. War das für dich als Gespräch? Und das ist die Reise, dieses disruptive Moment, das da gerade drin ist und das uns, glaube ich, echt zu schaffen macht. Aber würdest du sagen, das ist sozusagen das Gespräch, was am weitesten gereist ist, im Sinne von, was den größten Impact hat, das am meisten Menschen erreicht hat oder was für welches Gespräch in deinem Leben, was du öffentlich geführt hast, hat am meisten Durchschlagskraft entwickelt, nachgelebt, Wirkung entfaltet. Obama? Ja, Obama war halt so once in a lifetime einfach. Das war aber so ein Highlight, über das man sich einfach freut. Und was schön war, war, die kam auf uns zu. Es war nicht so, dass wir… Ja, die haben dich eingeladen, nach Washington zu kommen, ne? Genau, es gab einen lustigen Moment, war ja in der Hochphase von Corona, ne? War November, November 2020. Ja, ja. Und da ging es richtig ab und Amerika reisen unmöglich. Und ich weiß noch, es gab eine irre Situation. Ich kam in Washington am Flughafen an und stieg aus diesem Flugzeug aus und war ganz alleine. Und sonst war auch keiner da. Also in dieser riesigen Halle da, ich weiß nicht, ob du mal in Washington warst, das ist total 70er, so richtig altmodisch und alles so Western von gestern, ja? Aber halt so Amerika, ja? Und dann gehe ich durch diese Halle und einfach keiner da. Und dann gucke ich irgendwie, wo ist denn einer, der mich jetzt mal reinlässt bei der Immigration? Ja, dann saß ganz hinten irgendwo, saß einer in seiner Glaskabine drin. Und ich komme zu dem hin und schiebe ihm so meinen Pass hin und so weiter und auch das Visum. Und der guckt mich an und sagt, du kommst hier nicht rein. Okay. Und ich sage, doch, doch, ich muss zu einem Interview. Was machst denn du hier? Ich sage, ja, ich habe ein Interview. Ich habe nicht gesagt, mit wem und so. Ich wollte jetzt nicht auf dicke Hose machen, ja? Und sagte, ja, mit eurem ehemaligen Präsidenten, als er nochmal nachfragte. Und dann guckt er so. Und dann fiel mir ein, Gott sei Dank, ich hatte so ein Anschreiben, die offizielle Einladung des Teams Obama. Und er war immer noch fest entschlossen, mich wieder zurückzuschicken. Dann habe ich dieses Ding rausgeholt und schob ihm das einfach unter diesem Glas, dieser Glaswand da so durch. Guckst du drauf? 30 Sekunden. Er sagte, bitte, herzlich willkommen. Es war sehr lustig zu sehen, welche Macht so ein Präsident hat, selbst ein ehemaliger Präsident hat. Und du hast auf das Interview, hast du dich vorbereitet, wirklich wie auf so ein Schachspiel. Das machst du, glaube ich, häufiger, wenn du in einem Gespräch wirst und dir vorüberlegst, ich gehe mit der Frage rein, dann bekomme ich die Antwort, dann mache ich den Zug. Wenn ich die Antwort bekomme, mache ich einen anderen Zug. Also so sehr tief in die Gespräche, die du vorher reindenkst. Genau. Also eigentlich ist die Vorbereitung, 90 Prozent kannst du eigentlich wegschmeißen. Und dann guckst du einfach, du weißt aber nicht genau, welche 90 Prozent. Deswegen brauchst du immer die 100 Prozent Vorbereitung. Das ist das Problem. Schwierig wird es nur dann, wenn du denkst, beide spielen Schach, aber der andere wirft einfach das Schachbrett um und spielt nicht mit. Dann wird es schwierig, so wie der Wendler damals mal. Okay. Also waren Wendler und Obama so für dich von Interviews her? Genau, die beiden absoluten Höhepunkte. Nein, Obama hat mich sehr, Obama war interessant auch, das ist, vielleicht kann man auch mal erzählen, die Vorbereitung, ja, das, was vorher passiert, ist total interessant. Wir standen dann da oben und du musst dir vorstellen, es war so international, da waren nebenan die Franzosen und links wahrscheinlich die Schweden und keine Ahnung. Es ging um seine Biografie, die Vermarktung seiner Biografie. Und dann hast du da diese Hotelzimmer, Suiten in Amerika, ist ja alles immer groß, eine nach der anderen und der geht einfach von sweet zu sweet. Und das Irre war, ich weiß genau, wie das läuft, weißt du, ich weiß genau, der kurz bevor er in diesen Raum reingeht, sagt er, sag mal, wen treffe ich jetzt gleich? Und dann sagt er mir, das ist so ein Typ aus Deutschland, den musst du nicht wissen, das ist ein uninteressanter Typ, aber er heißt, wie heißt denn der? Ja, ja, Markus. Ah, was nochmal? Markus, ah ja, okay. Und dann geht er rein und sagt, Markus, freu mich so dich zu sehen, so schön. Das ist sehr lässig irgendwie. Und dieses ganze Entree war lässig, weil man erwartet natürlich, da kommen erstmal fünf Personenschützer, ja, da kommt das Secret Service und so weiter. Und es kam einfach niemand. Die Tür ging auf und der tänzelte so Obama-mäßig, man hatte das Gefühl, er wirft gleich noch so ein Basketball. Er tänzelte da so rein und sagte, hello, Markus. Und war direkt so, und das war sehr… Aber man hat dir angemerkt, finde ich, oder wenn man auch dich jetzt so hört, du bist doch schon auch ein bisschen Obama-Fan ist zu viel, aber du findest dich schon gut. Ja, das ist ja, das Ding ist eher so, also du weißt halt um die Bedeutung dieser Person, um die geschichtliche Bedeutung auch dieser Person. Du weißt, da steht eine weltweite Ikone jetzt gleich vor dir. Und der erste schwarze Präsident, also der ist so oder so in den Geschichtsbüchern ein sehr relevanter Mann. Und das ist auch jemand, der mich immer gekriegt hat, ja. Also es gab, ich glaube, es war 2004, war es in Boston, ich verwechsel das immer. Da gab es diese Rede, ich glaube, John Kerry war der Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Und dann trat Obama auf. Und die Rede empfehle ich immer, sich die mal anzuschauen. Er hat als junger Politiker dort geredet und hat gesagt, dass ich heute Abend hier stehe, ist gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und dann hat er mal angefangen zu erzählen, wie die Geschichte seiner Familie ist und so weiter und wie die Wurzeln so sind und wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass jemand wie er, schwarz, an einer Elite-Uni studiert, dass der jetzt hier oben steht und hat eine Vision seines Amerika präsentiert, jetzt noch Gänsehaut, das ist spektakulär. Und du siehst das und weißt, der kriegt dir diese Halle, nach drei Minuten waren die alle fassungslos und haben sich wahrscheinlich gefragt, warte mal, warum ist denn der nicht nominiert? Und da war schon klar, da spricht dann zukünftiger Präsident, das war völlig klar. Das haben nicht viele, der hat einfach ein wahnsinniges Charisma. Der hat so eine wahnsinnig empathische, zugewandte Art und ist einfach nebenbei auch ein netter Mensch und hat dann auch keine Hemmung, dann diese menschliche Seite, obwohl der ist knüppelhart, da muss man sich nichts vormachen, aber diese menschliche Seite, dann den Humor auch zu zeigen und so weiter, hat dann erzählt, wie er manchmal unter diesem Berühmtsein leidet und manchmal im Oval Office sitzt oder saß und dachte, weißt du was, ich gehe jetzt einfach raus, schleiche mich am Secret Service vorbei und dann schleiche ich mich durch die Hintertür, durch den Rosengarten einfach raus und verschwinde in diesem Gewimmel, in Getümmel da in Washington und gehe Eis essen. Und dann beschreibt er genau diesen Moment, in dem ihm klar wurde, es geht nicht und dann der noch viel härtere Moment, das geht auch nie wieder. Und er hat das dann beschrieben, wie sie dann später nach dem Ende seiner Amtszeit, war er mit Michelle, mit seiner Frau in Mailand, Piazza Duomo und geht raus und die wollten einfach mal gucken, was passiert, wenn sie einfach jetzt mal privat rausgehen und waren dann in wenigen Minuten von 3000 Menschen abzingelt. Aber das ist ja bei dir in Deutschland. Nein, nein, null, nein, null. Das, Philipp, ist etwas, das kann sich kein Mensch vorstellen. Klar, also der Level. Merkel, Merkel ist so. Angela Merkel hat jetzt in Italien Urlaub abgebrochen, weil von Station zu Station immer mehr Menschen kamen. Aber ich sage mal, trotzdem war jetzt mal, klar, anderer Level. Ja, völlig. Aber wenn du jetzt in Berlin, Hamburg, München unterwegs bist, geht das gut? Ja, klar geht das gut. Aber viele Selfies trotzdem. Nee, das kommt darauf an, wie man, man muss bestimmte Sachen einfach vermeiden. Also wenn man jetzt wirklich so direkt den Kontakt zu Leuten so sucht, dann riskiert man, dass irgendwann einer sagt, können wir ein Foto machen. Ich hatte mal eine herrliche Szene in München am Flughafen. Da kam ein offensichtlich türkischstämmiger junger Mann auf mich zu. Und zwar in Begleitung seines alten Vaters, der nur ganz rudimentär Deutsch sprach, irgendwie ein ganz klassischer Einwanderer, sehr nette Leute. Und der junge Mann stürmte auf mich zu und sagte, bist du nicht und so weiter und können wir ein Foto machen. Und dann lief er zu seinem Vater und sagt, Papa, Papa, machst du ein Foto? Und der Vater nimmt dieses Handy in die Hand und er sagt, Papa, komm, mach das Foto. Und Papa guckt ihn an und sagt, warum? Und ich fand das so gut. Und er hat zu ihm gesagt, guck mal, du solltest öfter auf deinen Vater. Also es macht dir nichts aus? Nein, ach Quatsch, nein, das ist doch, nein. Ich finde es immer so schwierig, wenn Leute sich darüber beklagen. Weißt du, schlimm wäre, wenn keiner mit dir reden will und dann sagt, bitte, geh mir weg. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Was ist denn der Grund dafür, dass du eigentlich kein Social Media machst? Weil ich dachte auch, das hängt vielleicht zusammen, dass du sagst, ich will nicht noch mehr. Ja, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist auch, ich habe ehrlich gesagt auch einfach keine Zeit. Und man muss sich konzentrieren. Das erlebst du ja wahrscheinlich auch. Ich glaube schon, dass die Gefahr, sich zu verzetteln, enorm groß ist. Und je mehr das wird und je größer das Rad wird, das man so dreht, desto mehr muss man sich wirklich konzentrieren. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gab neulich eine Untersuchung, dass wir, wir waren mal als Menschen in der Lage, uns so zwölf Sekunden zu konzentrieren. Wirklich auf eine Sache. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei acht. Und schlimm wird es, wenn man weiß, dass Goldfische neun können. Okay. Aber ich meine, nochmal zurück, Instagram zum Beispiel wäre da eigentlich, du bist, das wissen wahrscheinlich schon einige, auch ja wirklich Fotograf, Filmemacher, da auch sehr gut drin. Und deswegen wäre ja gerade Instagram eigentlich prädestiniert dafür, dass du da irgendwie da lebst sozusagen. Also genau. Ja, also ich finde schon immer, dass man, man muss das, was sozusagen auch dein, ich sage, vielleicht verstehst du es dann, wenn ich es dir so erkläre. Ich habe ungefähr 60.000, 70.000 Schwarz-Weiß-Fotos zu Hause von Menschen, die irgendwann in der Sendung waren. Und ich fotografiere die Leute immer nach der Sendung, ja. Und dann sagen die mal, ah, okay, dann machen sie ein Buchprojekt draus und so weiter. Aber die Wahrheit ist, ich mache das nur für mich. Und irgendwann mal, weil es mittlerweile so viele sind, wird vielleicht mal ein Buch draus. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass es Dinge gibt, die man nur für sich macht. Einfach nur für sich. Und das tun wir viel zu wenig. Wir klopfen immer alles daraufhin ab, was bringt mir das? Was passiert dann? Aber ich glaube zutiefst daran, dass, das ist übrigens auch bei Kindern so, du hast ja auch Kinder, ne? Ist es nicht großartig, wenn man sieht, wie Kinder sich so im Spiel so völlig verlieren können? Und wenn dann der Satz kommt, Papa, mir ist langweilig, hast du auch schon gehört, ja? Ja, dann wird es erst gerade interessant. Dann muss man sie lassen und sagen, ja, ist dann halt so. Musst du jetzt mal mit umgehen. Und dann fangen die an, sich zu beschäftigen am Strand oder zu Hause oder egal wo. Und dann fangen sie an, richtig kreativ zu werden. Und diese Freiheit, das ist das, was wir am Eingang des Gesprächs auch hatten, ne? Dieses, das ist ja das krasse Gegenteil zu dem, was wir besprochen haben mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit, 800.000 Dollar in zwei Minuten zu verdienen, ja? Das ist das Gegenteil davon. Und ich glaube, dass Leute, auch wie Elon Musk und solche Leute, ich glaube, dass die sich ganz viel davon nehmen. Die lassen sich einfach so treiben und nehmen sich die Freiheit, nachzudenken. Ganz unabhängig, völlig gegen den Strom. Aber das sind natürlich auch bei Twitter und so riesige Gründe. Ja, 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 genau, die nutzen das dann auch und so weiter, ist gar keine Frage. Aber das ist der Grund. Und bei Twitter zum Beispiel würde ich für mich schwierig finden, weil ich dann schon irgendwie auch versuchen muss, immer eine gewisse Neutralität zu bewahren. Das ist schon für dich wichtig. Twitter ist Position, ne? Absolut, ja, klar. Aber trotzdem interessant, ne? Also Twitter ist echt Meinungsmacher. Liegst du das hier? Ich persönlich kriege es immer wieder so mit. Ich bin da relativ wenig unterwegs. Ich lese wirklich gerne lange Texte. Und Twitter ist das Gegenteil davon. Aber es abzutun und zu sagen, naja, das sind ja nur ein paar tausend Leute und die bestimmen den öffentlichen Diskurs. Und dann denke ich, ja, aber was für Leute? Das ist ähnlich wie mit einem Wirtschaftspodcast, weißt du? Wer hört dazu? Wer schreibt da? Und das ist natürlich schon interessant. Fällt es dir schwer, neutral zu sein in der Sendung? Also wenn du sagst, ja gerade Neutralität ist schon auch, wenn man mal, sagen wir, Obama gut findet, versuchst du ja eigentlich schon neutral zu sein. Ja, also, ja, genau. Obama ist jetzt, ich versuche trotzdem sozusagen auch den kritischen Angang zu finden und so weiter und ihn zu fragen, wie das ist mit den Drohnen und, ja, und zu wissen, jetzt bringt man Leute um. Ich meine, die Einsätze der Amerikaner in den letzten Jahrzehnten, gerade im Nahen Osten, haben mehr Taliban hervorgebracht und Islamisten als alles andere. Ja, das muss man sich einfach mal klar machen. Hat gerade sein Redenschreiber Ben Rhodes nochmal darauf hingewiesen und sagte, wir haben da echt ganz schön viel Mist gebaut. Und das kann man mit dem auch diskutieren. Das kannst du nicht alles in der Ausführlichkeit in so einem kurzen Slot da. Der geht eine halbe Stunde und dann ist der wieder weg. Aber vom Prinzip her, finde ich, muss man sich diese Unabhängigkeit immer bewahren. Und ich weiß noch, Tony Blair, den habe ich mal gefragt, das ist auch um die Autobiografie. Und dann habe ich ihn irgendwann, der dachte, er hat mich so lässig im Sack und wies immer wieder darauf hin, dass ich eine Kochshow hätte und so weiter. Und er hat mich dann auch versucht, völlig aus dem Konzept zu bringen, weil er kurz vor Beginn des Gesprächs guckt er plötzlich auf meine Schuhe und sagt, nice shoes. Und dann dachte ich, okay. Diese berühmten Boots, die du trägst. Ja, aber das hatte einen völlig anderen Hintergrund. Der wollte einfach mich aus dem Tritt bringen. Du machst eine Kochshow, ne? So, mach dich mal klein, so. Mach eine Kochshow, alles klar. Und so ging das halt. Und dann, und der hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Zu Recht. Bis zu dem Punkt, an dem ich ihn dann gefragt habe, gesagt habe, warum sind Sie eigentlich zum Katholizismus konvertiert? Um den Mist zu beichten, den Sie im Irak veranstaltet haben? Wow, wow, wow. Und dann ging er so nach vorne und dann merkte ich so, okay, jetzt fängt er an zu arbeiten. Und dann fing er an, mich ständig mit Vornamen anzusprechen. Und sagt er, listen, Markus, listen. Und so, und dann wusste ich, okay, jetzt, jetzt passiert da gerade was. Okay. Das war interessant. Bist du, du generell guckst du dir nach solchen Interviews, da das Feedback an? Also bei Twitter offensichtlich nicht so sehr, aber es gibt ja teilweise... Aber ich kriege das mit, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich das... Es gibt ja krasse Sachen. Also es gab ja, glaube ich, mal, da hast du mit Sarah Wagenknecht interviewt. Danach gab es eine Petition gegen dich, über 100.000 Leute unterschrieben, weil du sie angeblich zu kritisch gefragt hättest. Ja, genau. Aber damals war es eh total en vogue, alles doof zu finden, was ich gemacht habe. Insofern, es war eine harte Zeit. Das fühlt mich so ein bisschen wieder zurück zu deiner Biografie, weil wir waren ja eigentlich mal am Radio stehen geblieben. Dann bist du vom Radio, also vom Radio in Tirol, zum Radio nach Hamburg und dann zum Fernsehen nach Köln. Ja, Fernsehen erst nach Hamburg. Hier gibt es Klaus Ebert. Der war der Chef damals von RTL Nord. Kennst du auch noch. Klaus ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich habe gerade dieser Tage wieder mit ihm telefoniert und so. Und der hat mir damals die Chance gegeben, als ich bei Radio Hamburg bin ich ja, wie soll man sagen, ich war dann nicht sehr lange dann da. Die haben mich dann rausgeschmissen, weil wir doch dieses Lied gemacht haben, habe ich schon oft erzählt, diese Faktschirat-Geschichte und so. Und dann brauchte man dringend eine neue, wie Philipp Rösler sagt ja, eine Anschlussverwendung für den jungen Volontär. Und Klaus Ebert hat mir damals die Chance gegeben, zu RTL zu kommen. Das war natürlich super. Und dann hast du dich bei RTL, also von RTL Nord in Hamburg, dann nach Köln gearbeitet. Genau. Und dann aber irgendwann zum Öffentlichen gewechselt. Genau. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte da eigentlich immer hin. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern genau zum ZDF. Okay, warum war das so? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Stockholm-Syndrom. Wir konnten in Südtirol, in dem Tal, gab es nur das ZDF bei mir zu Hause. In anderen Tälern gab es nur die ARD. Das ist wirklich kein Witz. Bei uns gab es nur das ZDF. Deswegen sage ich Stockholm-Syndrom. Da habe ich immer an Colt für alle Fälle geguckt und Trio mit vier Fäusten und so. Das war für mich das ZDF als Kind. Und deswegen mochte ich und mag ich das ZDF nach wie vor. Und ich habe das wirklich nie bereut. Ich muss aber auch sagen, also die Kollegen von RTL mindestens genauso ins Herz geschlossen. Das war der Laden, wo ich eigentlich alles gelernt habe. Ich schätze die wirklich sehr. ZDF einige Berge und Täler und wieder Berge. Genau, genau. Und da kommt halt jetzt eine echte Qualität ins Spiel. Wie sehr und wie lange bleiben Leute an deiner Seite? Und das ist ja bei dir auch so. Und darauf sind wir alle angewiesen. Wir alle. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen demütig, weil ich immer sage, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Weißt du so, jetzt nicht hier durchdrehen. Weil der Tag, an dem du die alle wieder brauchst, der kommt. Und wir alle sollten nicht so vermessen sein zu glauben, dass wir es alleine können. Sondern wir sind alle darauf angewiesen, immer wieder auf Leute, die uns im richtigen Moment auffangen, an unserer Seite bleiben. Und wenn es schwierig wird, trotzdem sagen, egal, wir ziehen gemeinsam durch. Als damals das Ding mit Wetten, dass nicht so richtig funktioniert hat, zumindest in der öffentlichen, in der veröffentlichten Wahrnehmung vor allen Dingen, blieb das ZDF sehr klar an meiner Seite. Und das ist groß. War dann der Einstieg in Wetten, das war ja für die damals eine Notsituation. Die brauchten niemanden, der das macht. Gottschalk war weg. Du kennst die Geschichte auch. Ja, ich habe es verfolgt. Und dann habe ich mich jetzt im Nachhinein gefragt, hast du dich da auch ein bisschen zu breit schlagen lassen, das zu machen? Oder hast du gesagt, geil, die fragen mich, jetzt ist meine Chance. Ja, lass es einfach genau so stehen. Also es war, ja, tatsächlich, du siehst ja, was ich so mache. Das, was ich da jetzt mache, das ist das, was ich am allerliebsten mache. Und auch zu einer späten Uhrzeit und so. Ich habe nie wirklich davon geträumt, jetzt irgendwie eine Showtreppe runterzukommen und im Hintergrund tanzt das MDR Fernsehballett. Das war nie wirklich mein großer Traum, gar nicht. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich machen darf, was ich machen darf. Verfolgst du denn du jetzt? Bezahlte Selbstverwirklichung. Interessant aktuell, dass viele aus den Öffentlich-Rechtlichen jetzt gerade den Weg wieder antreten, die Privaten. Also Linda Zervakis hat das, glaube ich, hat das gemacht. Piene Atterleiters gemacht. Mathis Abdelhöfel hat das, glaube ich, gemacht. Also ganz viele gehen jetzt diesen Weg. Bei dir... Frag mich jetzt nicht, ob Geld dabei eine Rolle spielt. Ich bin mir ganz sicher, nein. Aber bei dir wird es doch auch die Gespräche geben. RTL, Kinder, Handel, Personen, gemeinsam. Ich ahne, dass ab und zu mal gefragt wird, ob du Lust hättest, da irgendwie eine Rolle zu spielen. Aber das ist für dich kein Thema. Also, tatsächlich ist es so, dass ich das mit großem Interesse verfolge, was die Kollegen da gerade bei RTL machen. Stefan Schäfer kennst du auch, ne? Der, der... Neuer RTL-Chef, ja? Ja, und der große, genau, genau. Ist ein sehr interessanter Medienmensch, finde ich. Und ich finde das gut, was die da machen, auch was sie, dass sie ernsthaft sozusagen versuchen in diesem Bereich. Das Interessante ist ja, Philipp, das klingt jetzt immer so und wird medial häufig auch so dargestellt, das würde RTL jetzt sozusagen eine große Informationsoffensive versuchen. Und jetzt, das wollen wir quasi seriös werden. Das ist aber Quatsch. Die Wahrheit ist, RTL war da schon mal. Die waren da schon mal. Denk an die großen Erfolge von Hans Mahr, Peter Klöppel und anderen, die das systematisch, genau, Günther Jauch bei Stern TV, die das systematisch hochgezogen haben und wirklich auf Augenhöhe mit den Öffentlich-Rechtlichen dann waren und zum Teil auch besser und schneller waren als die Öffentlich-Rechtlichen und dadurch interessanterweise auch das andere System besser gemacht haben. Das ist ein Wettbewerb, der hat uns allen, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Und insofern ist das jetzt einfach nur eigentlich eine Rückkehr zu alten Wurzeln, würde ich mal sagen. Und natürlich kennt man die Leute, das ist ja eine kleine Szene und so weiter, aber ich habe dir ja eben gesagt, irgendwie das, weißt du, auch da, man darf nie vermessen sein. Man muss immer die eigene Situation genau verstehen. Die Sendung, die wir jetzt da machen, funktioniert dort in diesem Kontext, auf diesem Sendeplatz, genau bei diesem Sender, mit diesem Publikum. Ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viel mit mir zu tun hat. Die Redaktion macht großartige Arbeit, wirklich gute Leute und die strengen sich wahnsinnig an und sind dann immer wieder auch eine Spur origineller als vielleicht andere. Aber das meint nie wirklich einen selbst. Das muss man immer wissen. Wenn überhaupt meint, ist das eine Funktion. Sondern das ist so, deswegen immer so ein bisschen entspannter. Aber das beschreibst du jetzt so, aber ich glaube, wenn man jetzt hört, wie die Leute darüber reden. Nee, täuschte ich nicht. Wirklich, Philipp, das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Und die Mediengeschichte ist ja voll von solchen Beispielen. Von Leuten, die glauben, man wechselt jetzt einfach den Sender und das Publikum geht einfach automatisch mit. Das ist nicht wahr. Das ist vermessen. Das ist so ein Johannes Bekerner. Er war ja sozusagen in deinem Slot vor dir beim ZDF und ist dann gewechselt und ist dann quasi auch nicht mehr zu der alten Relevanz zurückgekehrt, würde ich jetzt sagen. Der ist immer noch ein bekanntes Gesicht. Aber das war, glaube ich, eine Entscheidung, die Johannes so ganz bewusst getroffen hat. Weil Johannes hatte eine große Karriere, eine wirklich große Karriere. Denk auch mal an seine ganzen Sportgeschichten. Und ich glaube, der war einfach irgendwann auch ein bisschen auf. Also das ist anstrengend. Wenn du so viele Produktionen machst, Johannes hatte, ich meine, der hatte zeitweise vier Sendungen pro Woche. Der war einfach durch. Der ZDF hat von ihm gelebt. Der hat beim ZDF alles, das Sportstudio, alles. Genau. Und ich glaube, Johannes wollte einfach irgendwann mal ein bisschen weniger arbeiten. Und das verstehe ich auch. Aber es ist trotzdem für dich auch ein bisschen ein mahnendes Beispiel, dass man nicht einfach so wechseln kann. Weil das war damals ja auch die Idee von Sat.1, glaube ich, ihn zu holen. Das kann sein, ja. Also die, genau, ich würde das aber jetzt gar nicht an Johannes so sehr festmachen, weil das war, glaube ich, der Hintergrund war eine andere, es war eine andere Grunde. Aber prinzipiell ist es trotzdem, richtig. Also, dass das Publikum nicht einfach so mitgeht, davon bin ich felsenfest überzeugt. Wie lange kannst du das denn weiter durchhalten, in dieser Konzentration und diesem Output? Das ist jetzt schon altersrassistisch lang. Ja, also ich meine, du machst es ja sehr fokussiert und sagst, das ist ein Hochleistungssport. Ja, irgendwie schon, ja. Also würdest du sagen, das ist aber kein Ende absehbar, zehn Jahre lang wird das gehen? Ja, nein, also wenn du mir jetzt nicht sagst, du, pass auf, wir haben echt keinen Bock mehr auf deine Visage, dann würde ich sagen, mache ich noch ein bisschen weiter. Also, das würde ich schon jetzt gerne. ist gut, aber ich will nur sagen, der Zeitgeist hat sich gedreht, weil die Probleme, die Herausforderungen ganz andere sind. Wir hatten eine Pandemie, wir haben das, worüber wir eingangs schon gesprochen haben, wir, wir, die Globalisierung hat viele, viele... Also eigentlich gute Zeiten, anstrengend, für seine Sendung. Genau. Gute Zeiten, um Dinge zu erklären, gute Zeiten, um kritische und auch harte Fragen zu stellen, gute Zeiten, um einfach ranzugehen. und ich bin auch manchmal so, deswegen rutsche ich dann auch manchmal so auf dem Stuhl rum, ja, und... Gibt es einen wahnsinnig schönen Artikel von Vicky Weisers in der Süddeutschen Zeitung, mit der Grillzange, wo sie dann nach vorne rutscht und dann wird das langsam wärmer und dann bist du ein bisschen aggressiver, ja? Ja, 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 ich will einfach, dass der Gesprächspartner meinen Atem spürt, weißt du? Tut mir dir manchmal auch Gesprächspartner so ein bisschen leid, weil du denkst, okay, nein, nee, nein, warum? Weil du das Gefühl hast, nein, es ist jetzt für sie schwer zu argumentieren und du hast, sie haben da einen Fehler gemacht und wollen es aber nicht zugeben und du hast jetzt eigentlich... Nein, aber es ist ja, nein, komm, es ist, also ich finde wirklich, politische Diskussion und auch Streit muss doch möglich sein und die Leute können das alle ab, Hallo, das sind Profis und die haben es wirklich drauf und meine Frage ist, einfach sozusagen auf jede Antwort die richtige Frage zu finden, ja? Seine Aufgabe ist die andere, ja? Aber du bist jetzt mittlerweile schon... Seine Aufgabe ist, auf jede Frage die richtige Antwort zu finden, das ist das Spiel. Aber du bist jetzt auch schon wirklich in einem Polit-Talkshow geworden, also früher war das ja schon viel breiter, da waren ja auch mal Comedians und... Erstmal der Wendler. Genau, der Wendler und auch Pamela Reif, also da hatten wir ja schon teilweise überlappende Gäste jetzt, aber das ist nicht mehr so, also mittlerweile bist du schon wirklich auf Politik... Tatsächlich haben wir das Gefühl, dass die Leute, es ist nicht nur Politik, es ist auch Wirtschaft, es ist alles mögliche, aber es ist schon, es ist Gesellschaftspolitik, also die Zuschauer warten das, glaube ich, die suchen das da bei uns. Wertet ihr das irgendwie aus? Guckt ihr euch das an, welche Gäste gut funktionieren? Ja, absolut, klar, wir kriegen das schon sehr genau mit, ja? Wir kriegen ja jeden Tag auch so die Kurven und sehen, was so passiert. Aber es hängt ja ab von dem Vorprogramm, von dem Gegenprogramm. ist richtig, ja, absolut, ja. Also man versucht trotzdem die Effekte zu isolieren und sagt, okay, also bei allem Gegenprogramm, dieser Gast oder Gästin... Genau, du siehst einfach die Kurve, wenn du die Kurve siehst und da geht es so nach oben, dann weißt du, okay, das ist jemand, den wollten die Leute jetzt einfach sehen. Wer macht so eine Kurve nach oben außer Richard? Markus Söder. Markus Söder, ja? Macht eine Mörderkurve, ja. Den wollen die Leute sehen, okay, krass. Also es gab auf jeden Fall die Zeit, in der sie... Lauterbach? Absolut sehen wollten, ja, Karl Lauterbach. Auch da, ne, Kontext. Also Karl Lauterbach war der Corona-Erklärer der Nation und da wollten Leute Karl Lauterbach sehen. Das ist so, ja, aber das meine ich, das ist immer nur, das meinte ich vorhin mit, es meint nie dich, es meint deine Funktion. Es ist sozusagen eine geliehene Kurve. Das meint nicht unbedingt dich. Aber bei Richard Precht ist es schon so, dass der sich wirklich eine Community aufgebaut hat. Ja, aber auch, aber auch so. Richard ist doch ein perfekter Erklärer der Welt. So, und das in dem Kontext ist Richard absolut genial und deswegen funktioniert er da so. Und ist natürlich auch meinungsstark, ist jemand, der, ich kenne wenig Leute, die, wie soll man sagen, so unabhängig sind in ihrem Denken, darum beneide ich ihn auch manchmal. Ich halte mich für jemanden, der auch relativ unabhängig ist und deswegen auch nicht so viel Social Media, weil wenn ich anfange, das alles genau zu lesen und sogar noch zu kommentieren, dann glaube ich, würde ich anfangen, mich irgendwann einzuschränken, zu kontrollieren. Du musst bereit sein, mit Anlauf in die Grütze zu springen. Wenn du das nicht bereit bist zu tun, und zwar Abend für Abend, dann kannst du eigentlich nach Hause gehen. Das heißt, du weißt auch manchmal, wenn ich das jetzt mache, kriege ich wahrscheinlich irgendwo in bestimmten Medien oder Social Media, kriege ich dafür Ärger. Wenn ich das jetzt mache, kriege ich direkt Dresche. Und es muss dann aber trotzdem sein. Wie siehst du denn die Genese des Podcasts? Mittlerweile ist ja dein oder euer Podcast ein Wahnsinnserfolg. Also wir dürfen ja ein bisschen mitproduzieren und so, wir hatten das ja auch mal damals. Ja, das ist schön übrigens bei euch, wir machen das echt gerne. Gemeinsam diskutiert, aber am Ende war natürlich von euch die Idee, sowas zu machen und auch von dir, glaube ich, konkret die Idee, Richard zu fragen. Genau. Die Geschichte ist, wir saßen nach einer Sendung, saßen Richard und ich zusammen noch und zwar in Sichtweite des berühmten Bärentellers. Kennst du die Geschichte von Bärentellers? Das ist so lustig. Es gab ein sehr schönes Porträt von Markus Feldenkirchen über Karl Lauterbach. Der Spiegel. Ja, war ein Video vom Hardware. Es lief, glaube ich, sogar beim NDR. Ich habe es auf jeden Fall gesehen und es war wirklich sehr, sehr gut. Und auf die Frage, was er denn an unserer Sendung schätzt, sagt Karl Lauterbach, nicht irgendwas Inhaltliches, sondern Karl Lauterbach sagt, also ich mag den Bärenteller, der im Zimmer von Markus Lanz steht. Den finde ich wirklich... Das ist ein Gummibächenteller? Nein, Früchte, frische Früchte stehen da. Okay, okay, ja gut. Und du kannst dir nicht vorstellen, seitdem kommt mindestens einmal pro Woche einer rein und sagt, ist das der Bärenteller? Es gibt sogar Leute, die Selfies mit dem Bärenteller machen. Sag mal, willst du nicht ein Selfies mit dem Bärenteller machen? Nein, lieber mit dem Bärenteller. Ja, also wir saßen da zusammen. Ja, genau, wir saßen da zusammen und es war so das Thema Podcast und so weiter und ich erzählte ihm, dass wir so darüber nachdenken. Und du weißt ja, ich habe lange gezögert, was zu machen und er auch. Er erzählte dann, ich denke da auch gerade drüber nach und so, weil das halt ein interessantes Gesprächsformat einfach ist. und dann saßen wir so da und haben hin und her überlegt und irgendwann sagte ich, Richard, ich glaube, vielleicht könnten wir das zusammen machen. Vielleicht wäre das eine Idee. Weil es geht ja darum, was wirklich anderes zu machen. Und dann ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man sowas zu zweit macht, man muss sich ja schon auch irgendwie mögen. Du kannst nicht einfach nur auch da wieder, rein so nacktes Kalkül funktioniert nicht, sondern du musst dann schon gucken, will ich mit diesen Menschen gemeinsam Zeit verbringen? So wie wir beide jetzt auch. Weißt du, das funktioniert, weil wir uns irgendwie mögen. Also ich mag dich auf jeden Fall sehr. Von jetzt bin ich da nicht sicher. Keine Frage. Aber so, das ist der Punkt. Und dann muss man bereit sein irgendwie, ja, das, das, aber wir sind da sehr demütig rangegangen. Wir waren sehr überrascht davon, dass das dann funktioniert hat. Aus unserer Perspektive war es so, wir hatten ja auch damals darüber gesprochen. Ja, genau. Und ich hatte Sorge, weil ihr beide ja kein Social Media macht. Weil ja eigentlich große Podcasts auch davon leben, dass die Protagonisten große Social Media... Genau, und wir verstehen das Medium eigentlich gar nicht und so weiter. Und dass man halt auf den Podcast hinweisen kann. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt bei Instagram oder bei Twitter sehr groß und ich weise auf meinen Podcast hin. Das hattet ihr beide so nicht. Und ich dachte dann, okay, wie wird der Podcast auch entdeckt, wenn die beiden da gar nicht darauf hinweisen können über größere Reichweiten. Und das, was ich unterschätzt hatte, ist, und das kann man aber sehen, wenn man guckt, wie Clips von Richard oder auch von dir bei YouTube gesehen werden. Das ist dann teilweise in Kanälen, wo ein normaler Clip irgendwie 300 Mal Abrufe hat und wenn Richard Precht irgendwo zu Gast ist bei irgendeinem Nischen... Genau, ist so. ...300.000 Abrufe. Ist so, ist richtig. Das heißt, es gibt eine richtige Community. Und das hat euch dann am Ende, oder trägt euch, plus natürlich den Inhalt, den ihr da macht. Also es ist ja wirklich... Genau. ...ein Podcast, wie viel Arbeit fließt da rein? Also wie lange macht ihr euch da so... Schon mehr Arbeit, als man so denkt. Die Leute glauben ja ohnehin immer auch im Fernsehen, die sitzen da und quatschen so ein bisschen. Aber tatsächlich muss man schon Arbeit einstecken. Also ihr textet hin und her, schreibt euch... Nee, das ist nicht so. Aber wir unterhalten uns kurz so über das Thema. Das stimmen wir kurz ab. Wirklich meistens über SMS, weil Richard ist ständig irgendwie unterwegs und ich habe auch viel zu tun. Und dann bereiten wir uns, glaube ich, beide relativ intensiv drauf vor. Weil du kannst ja nicht mit Zahlen dann hantieren, die nicht stimmen und mit Fakten, die nicht stimmen und so weiter. Da muss man schon aufpassen. Weil bei seiner Sendung von dir, ich meine, da gucken jetzt so, je nachdem, 1,5, 2 Millionen Menschen zu. Ja, genau. Wie viele Stunden fließt von dir in seine Sendung rein? Eine Arbeit vor Arbeit? Ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, ein bisschen wie bei dir, Philipp. Ich kann es dir in Stunden nicht wirklich sagen. Die Wahrheit ist eigentlich, die Arbeit hört nie auf. Du bist eigentlich immer dabei. Weil du liest Zeitungen? Ja, genau. Ich lese alles online, alles. Ich habe nie eine Zeitung in der Hand. Ich bin auch heilfroh darüber. Ich will das irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Aber ich liebe es. Deswegen liebe ich Smartphones, wo du einfach immer ständig lesen kannst. Und ich beschäftige mich dann auch mit Themen zum Teil, die erst mal gar nichts mit der Sendung zu tun haben. Und irgendwann kann man das dann vielleicht wieder rausziehen. Das ist sehr, sehr breit. Und was ist so eine Sendung für ein wirtschaftliches Produkt? Also ihr verkauft sie am Ende an ZDF, ihr produziert den mit eurer eigenen Produkte, also du und dein Partner. Genau, mit Markus. Genau. Der eine wichtige Rolle da spielt. Der auch so ein, auch so ein, bei Markus habe ich immer das Gefühl, wenn wir beide zusammenkommen, dann ist es so, wie bei Richard auch, dann ist es eins und eins ist drei. Und das ist gut. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Tatsächlich war das eine Idee des ZDFs. Manni Teubner, der ehemalige Unterhaltungschef, der uns auch immer noch mal ab und zu schreibt und so weiter, der liebe Grüße an der Stelle, ganz netter Mann, der hat das damals so eingetütet. Und habt ihr gemeinsam eine Firma gegründet? Ja, also Markus hatte ja schon dieses Gefäß. Ich bin da dazugekommen. Der hat ja Johannes Becker schon gemacht. Ja, ganz genau. Vorher Harald Schmidt und so weiter. Markus ist auch so ein, wir sind auf eine gewisse Art und Weise beide, und das trifft auch für Richard zu, und ich glaube sogar auch für dich, auf eine Art total altmodisch. So ganz klassischer journalistischer Ansatz, ja, Rede, Gegenrede gucken, wo es passiert ist. Auch nicht mit der ersten Antwort zufrieden sein. Manchmal ist der spannende Ansatz für eine neue Geschichte, für ein Thema, nicht vorne in einem langen Stück, sondern ganz, ganz hinten, letzter Absatz, steht da manchmal der Gedanke drin, wo du denkst, ey, das ist es doch. Und so, und ja, und deswegen funktioniert das. Markus hat ja auch so, kommt ja auch ganz, ganz klassisch aus dem Journalismus. Das heißt, dann hat, genau, ich glaube auch, Boulevardjournalismus auch gemacht. Alles, alles. Das ganze Ding, genau. Und dann habt ihr die gemeinsame Produktionsführung. Ja, und dann kommt er noch aus dem Ruhrgebiet, das kommt noch dazu. Da leben ja für mich die spannendsten Menschen in Deutschland. Ja, Essen, ja. Du auch, ja. Ja, klar, Essener. Ach, Quatt. Ja, absolut. Wusste ich gar nicht. Wirklich nicht. Nein. Okay, ich dachte, das sagst du jetzt wegen mir. Nein. Aber ich meine das wirklich so, weil da hast du so eine, die haben immer so eine Schnauze, die haben so eine Hutzpe, die trauen sich was, die sind so direkt, das ist für mich so Elke Heidenreich, weißt du, so bam, einfach raus und dann nachdenken, was man eigentlich gerade gesagt hat. Ich dachte, wir wären immer so, Werner Hansch und so, weißt du, den alten Sportmoderator, so Pass-Pro-Toto-Stünde, aber okay, ich freue mich, dass Elke Heidenreich da einen guten Job macht. das ist ja total, also komplett, mehr Ruhrgebiet geht nicht. Ja, aber sag mal, also du hast den Markus getroffen, ihr habt dann gemeinsam diese M2-Firma, deswegen auch die zwei Markuse und ihr produziert ja mittlerweile verschiedenste Shows, sprechen wir gleich noch mal drüber, also es gibt nicht nur deine, aber deine ist das Flagship, wahrscheinlich auch das. Genau, Mickey machen wir, ne? Genau, Mickey, aber auch Kochshows, die macht irgendwie Küchenschlacht und sowas alles. Genau, es passiert ja alles auf dem Gelände, Bist du da eigentlich auch stark involviert an diesen anderen Shows? Wenig, wenig. Wir machen, wir kümmern uns wirklich sehr, sozusagen jeder dann um seine Themen. Markus hält dann seinen Bereich zusammen und ich bin dann ehrlich gesagt schon wirklich sehr fokussiert auf die Sendung. Auf den innerlichen, Und auf den Podcast, ja. Und das ist auch, in Wahrheit ist ja der Podcast auch wie eine Sendung, das heißt, du hast dann vier pro Woche, das ist schon, musst du dranbleiben und dich nicht ablenken lassen, weil sonst funktioniert das nicht. Dann verkauft ihr jede Sendung an ZDF und sagt irgendwie, am Ende wird die Sendung für Sendung abgerechnet? Ihr habt da euren Team? Ja, ich glaube, so ungefähr läuft das, ich weiß das gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass wir sehr günstig produzieren. Wirklich, ja. Aber du bist auch kein Money Guy, der sich genau anguckt, was ist so eine eigene Show? Nein, gar nicht. Wir haben da gute Leute und die kalkulieren das. Das ist auch alles sehr transparent, wie das so läuft. Das ist kein großes Geheimnis. Es kommt dann über die, was dann einfach den Erfolg ausmacht und dann auch irgendwann einen wirtschaftlichen Erfolg ausmacht, ist einfach die Frequenz. Wir arbeiten einfach sehr viel. Also wenn du 140 Produktionen im Jahr so machst. Macht ihr 140 Mal deine Show? Ja, ja. Und dann noch die ganze andere Show dazu? Ja, genau. Also Markus dann auch mit seinem ganzen Kochbereich und so weiter macht auch sehr, sehr viel. Aber speziell auch diese Sendung, darüber kann ich vor allen Dingen entsprechen, das ist dann 140 Sendungen, muss ich erstmal machen. Und dann reden wir jetzt eine Sendung? Und deswegen muss man dann halt auch so ein, deswegen ist es gut, das da so auf kleinem Raum zusammen zu haben. Wir haben wirklich ein großartiges Team da einfach. Und das geht von der Redaktion bis dann in die ganzen technischen Gewerke rein. Ja, die Leute, die in der Regie sitzen, die Leute, die hinter den Kameras stehen, die Leute in der Maske sind und so weiter. Ja, das sind alles Leute, wenn wir dann das Ding mal so richtig hochfahren, dann geht es da los. Und das greift wie ein, wie ein Uhrwerk greift da sozusagen das eine ins andere. Das hat vor allen Dingen Markus da echt gut aufgestellt. Das heißt, wenn da Sommerfest ist, dann reden wir schon von mehreren hundert Leuten, die jetzt zusammenkommen. Ja, absolut, genau. Das heißt, eine Show ist... Es fehlen auch Leute, die gar nicht für uns arbeiten, die schleichen sich da einfach so rein. Ja, okay. Aber sie wissen, dass es bei uns immer gutes Essen gibt, aber ja. Und liefert ihr nur an ZDF oder auch an andere Sender? Also macht ihr auch Produktion für andere? Ja, also für NTV, Micky, die Geschichte und für unsere Geschichte. Also ich bin vor allen Dingen exklusiv ans ZDF gebunden. Okay, und das ist auch nicht möglich, dass du ja was anderes noch nebenher machst, dann müsstest du alles freigeworfen? Ich könnte jetzt nicht irgendwie in der ARD auftreten oder so. Und du bist... Als Beispiel, ne? Und du bist irgendwie auch so fokussiert, dass du, wenn man das verfolgt, du auch in Hamburg oder generell in der Öffentlichkeit ja kaum auch anderswo auftrittst. Du machst sehr wenig eigentlich. Du bist ja in Hamburg, es gibt... Ich erlebe es ja auch so ein bisschen, man wird immer eingeladen hier und da. Ja, ja, genau. Du bist eigentlich nirgendwo. Das ist schon auch bewusst. Ja, also es gibt ja eine Öffnung von dem oder... Ja, ja, genau. Ich ahne, dass man dich auch überall gerne hätte, aber du bist ja sehr zurückhaltend. Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt, ja. Ich... Hat vielleicht auch damit zu tun, ich mag so diesen lauten Auftritt nicht so. Weißt du, das ist nicht meins. So dieses Hoppla, hier komme ich. Das war nie so mein Thema und ich... Mir fehlt dann auch meistens die Zeit. Man muss sich ja dann auch... Man muss sich entscheiden im Leben. Wo will man hin? Und wenn du sehr viel Möglichkeiten hast, dich beruflich zu verwirklichen, wie es bei mir glücklicherweise der Fall ist, dann musst du schon auch aufpassen, dass speziell jetzt zum Beispiel auch die Zeit mit deinen Kindern und so nicht unter die Räder kommt. Da muss man schon drauf achten. Und es gibt auch die Legende über dich, dass du dich sehr, sehr professionell fit hältst. Körperlich. Ich habe gehört, also Push-Ups, Liegestütze, 300 Stück jeden Tag. Wer erzählt sowas? Das hat mir erzählt der Lars Heider vom Hamburger Abendblatt, der Chefredakteur, der ja, glaube ich, auch gerade versucht, dich näher kennenzulernen, sag ich mal so. Ja, Lars Heider, das ist... Also, kann man das mal kurz erwähnen? Lars Heider, glaube ich, schreibt ein Buch. Ja, schreibt ein Buch über dich, ja. Ich muss ja nicht sagen dafür. Das war gegen meinen erklärten Willen und meinen erklärten Wunsch. Okay, okay. Ich finde das unfassbar. Aber ich habe immer gesagt, Herr Heider, machen Sie sich nicht unglücklich. Damals waren wir noch per Sie. Aber er macht das jetzt einfach. Genau, er macht... Und ich kann das nicht verhindern. Das ist das Problem. Ja, genau. Wirklich, wenn ich es könnte, würde ich es sofort tun. Aber also, er hat ja schon ein Buch über Olaf Scholz geschrieben. Von Lars gibt es, glaube ich, jetzt ein Buch über Olaf Scholz. Und jetzt ist der nächste eins über dich. Ja, so ist es. Ernsthaft? Ja, der kennt ja auch Olaf Scholz ganz gut. Ich weiß, der kennt den sehr gut. In dem Buch von Lars Heider gibt es einen total interessanten Satz über Olaf Scholz. Da sagt er, Olaf Scholz ist bis an die Grenze zur Schmerzhaftigkeit schüchtern. Wirklich? Ja. Und dann denkst du, warte mal, okay. Und dann will man Bundeskanzler werden. Ja, wie geht das zusammen? Ich glaube, das geht zusammen. Und ich glaube, dass beides stimmt. Also der Wille, Kanzler zu werden und gleichzeitig schüchtern zu sein. Das erklärt viel. Du siehst, wie gut erklären, und beobachten, Lars Heider kann. Ja, total. Jetzt bist du sein Subjekt. Ja, ich habe Angst. Aber mit den Liegestützen, hat er das schon noch richtig beobachtet? Nein, ich mache, also er zählt nicht mit, er ist auch nicht dabei, um dich zu beruhigen. Aber tatsächlich ist es so, ich versuche jeden Tag wirklich mein Sportprogramm irgendwie durchzuziehen. Und ja, kann sein, dass ich auf so eine ähnliche Zahl ungefähr komme. Es kann sein. Du hast ja aber, wenn das damals in den Hochzeiten mal Liegestützen gemacht. Ja, da habe ich das aber noch nicht gemacht. Ah, okay. Ich habe damit angefangen, weil ich mit dem Rücken Probleme gekriegt habe. Das ist einfach. Aber auch damals, bei Wetten, das warst du schon ziemlich fit, meine ich. Ja, da habe ich aber anderen Sport gemacht. Ich habe immer viel Ausdauersport gemacht. Ich bin so ein Läufer. Ich brauche das. Ich muss raus, ich muss einmal am Tag richtig schwitzen. Und dann läufst du zehn Kilometer raus? Ja, genau. Im Moment, ich habe eine Knieverletzung mir an Weihnachten zugezogen beim Skifahren. Nach 20 Sekunden auf der Skipiste muss man erst mal hinkommen. Und deswegen ist es gerade mit Laufen nicht so ganz einfach. Aber kommt jetzt wieder. Demnächst musst du damit rechnen, dass ich wieder am Start bin. Wie an der Alster? Häufig, ja genau. Wo es geht. Stört dich auch nicht an der Alster, wenn du da wirst ja schon erkannt? Nein, ich bin so schnell. Nein, Quatsch. Nein, gar nicht. Es ist wirklich entspannt. Hamburg ist doch eine wirklich entspannte Stadt. Hier leben doch so viele Menschen, die so viel bekannter sind als ich. Ich bitte dich. Nein, aber ernsthaft. So viele gibt es da gar nicht in Deutschland. Nein, aber die Hamburger sind doch entspannt. Die sind doch wirklich entspannt. Also Hamburg würde ich auch sagen, ich kann es nicht so gut beurteilen, aber ich würde schon tippen, dass die Hamburger sind norddeutsch und ein bisschen distanzierter und nicht jetzt so vereinnahmt. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich im Ruhrgebiet, wenn das ein bisschen anders ist. Aber Markus, das ist jetzt hier nicht so. Also genau, es gibt da so eine Abstufung. Also die Hamburger, wenn sie dich ansprechen, wird gesiezt. In München ist gleich, ja, servus Markus, was machst du da? Ist gleich duzen, was ich sehr mag, weil bei uns in Tirol wird auch immer sofort geduzt und nur in Köln gibt es duzen mit anfassen. Das mag ich aber auch, ist okay. Wir hatten gerade über das Buch von Lars Heider gesprochen. Es gibt auch irgendwie, tatsächlich, wahrscheinlich bist du da jetzt nicht unbedingt glücklich darüber, dass ich dich darauf anspreche. Ich wollte es trotzdem mal probieren. Auch von dir ein Buch. Du hast ein Buch geschrieben, tatsächlich über den Koch Horst Lichter. Horst Lichter, ja. Da bin ich, kannst du mich gerne darauf ansprechen. Das war, das war damals sehr interessant. Ich habe, war sehr, wie soll man sagen, prägend für mich, weil ich hatte, 2007 ist das erschienen, glaube ich. So großartig, ja. Genau und es gab eine, es gab die Anfrage eines Verlags, Gütersloher Verlagshaus. Das ist die Keimzelle von Bertelsmann. Die hatten irgendwo einen Text von mir gelesen, ich weiß aber nicht mal wo und sagten dann, Mensch, sie scheinen irgendwie ein bisschen schreiben zu können und so weiter, wollen sie nicht ein Buch für uns machen? Und dann stand die Idee im Raum, irgendwas mit Medien, ja, so der Klassiker und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, das interessiert wirklich kein Schwein. Wenn jetzt ein Fernsehfuzzi über Fernsehen schreibt, wer will das wissen? Und dann hat mein Kollege Ulrich Klugius, ein sehr guter, netter, fähiger Kollege von RTL, mit dem ich damals sehr eng zusammengearbeitet habe, es war einer meiner CVDs, Chef vom Dienst und sagte zu mir, du, da gibt es einen total interessanten Typen, Horst Lichter. Das ist so ein Koch und so weiter und der war damals im Rheinland so eine nationale Berühmtheit. Im Rheinland, ja, genau. Und fing gerade an, so ein bisschen Fernsehen zu machen, immer mehr und auch ein bisschen Kerner, glaube ich und und der sagte, der hat eine interessante Geschichte und Uli ist einer, der ein Gespür für gute Geschichten hatte und immer noch hat und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und habe dann dem Verlag gesagt, ich habe eine Geschichte für euch und dann war sehr interessant, die sagten dann, das wird nicht funktionieren, der ist nicht deutschlandweit bekannt und so weiter. Und ich habe dann gesagt, pass auf, eure unternehmerische Entscheidung, ich mache entweder dieses Buch oder kein Buch, ganz einfach. Weil ich zutiefst davon überzeugt war, dass diese Geschichte funktioniert und deswegen prägend, weil es sich bestätigt hat, dass es nichts gibt, wofür sich Menschen mehr interessieren, als für die Geschichten anderer Menschen. Und es ist völlig egal, ob das berühmte Menschen sind oder nicht berühmte Menschen. Es ist völlig egal. Ich glaube sowieso, dass wir das immer völlig überschätzen, dieses, da müssen große Namen und große Leute. Nein. Ist da einer, der was erzählen kann, ist da einer, der was zu erzählen hat, bringt das auf die Bahn, dann läuft das. Und das ist, Horst Lichter, ein unfassbares Talent, was das angeht und ich habe den dann wirklich begleitet und beobachtet über Monate hinweg und es gab dann die, ich habe dann nebenbei, bei RTL, ich war Redaktionsleiter, hinter den Kulissen sehr aktiv da, viel gearbeitet, jeden Tag Sendung gemacht und nachts dieses Buch geschrieben. Und ich weiß noch, ich habe das erste Kapitel geschrieben und dann bin ich offensichtlich vor Müdigkeit so morgens um vier mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen und auf die Backspace-Taste gekommen. Und als ich wach wurde, stand da noch ein R. Alles weg. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Und dann, ich wache auf und denke, ach du meine Güte, der war aber nicht richtig wach und denke, okay, warte mal, ich habe doch alles gespeichert. Wenn ich jetzt einfach zumache und wieder aufmache, ist alles wieder da. Ich drücke oben auf das Kreuz Windows und dann fragt er was? Möchten Sie? Speichern. Was mache ich dann? Du hast gespeichert und dann war es? Alles weg. Als ich es aufmache, stand da wieder dieses R. Das war so hart. Und dann habe ich bis halb acht Uhr morgens alles wieder geschrieben, war auch besser und habe mich geduscht und bin zur Arbeit gegangen. Wow. Okay. Ja, so habe ich gearbeitet. Also auch heute noch hast du so Tage, ne? Also du gibst schon richtig... Ja, ja, ja. Wenn es darum geht zu arbeiten, muss gearbeitet werden. Ist so. Wie viele Stunden am Tag? Wirklich unterschiedlich, aber ich komme manchmal so ins Bett, weißt du, wenn du auch zum Teil machen mit zwei Produktionen am Tag oder so, dann kommst du wirklich irgendwie nachts um zwei oder so, dann endlich mal so langsam ins Bett. Du kannst ja dann auch nicht sofort schlafen, weil du noch Dietmar Bartsch im Ohr hast, der sich bei den USA bedankt hat, ganz offiziell, was natürlich eine Weltsensation ist, dass sich einer von der Linkspartei bei den USA bedankt, ja, so in dieser Woche. Also er hat sich nicht wirklich bedankt, aber so ein bisschen. Und das war ein sehr lustiger Moment, jetzt gerade gestern in der Sendung. Hast du denn in diesem Moment, realisierst du dann, das ist ein großer Moment, jetzt habe ich hier einen großen Moment angesteuert, erzeugt? Ja, also das war einfach ein unterhaltsamer Moment, aber ja, wenn es einen großen Moment gibt, das versteht man. Das ist interessanterweise, ich habe mal mit Phil Collins darüber geredet, wie das ist. Phil Collins war mal bei uns, hat auch eine Biografie gemacht und ich habe ihn dann gefragt, ob man weiß, als Musiker auf diesem Niveau, dass man einen Hit hat. Wenn man im Studio steht, dann sagt, das weiß man. Also er vielleicht. Ja, er weiß das dann. Der weiß, das Ding. Und das ist bei dir auch so, das heißt, du hast einen Gast und dann weißt du, dass er das Ding ist. Genau, wenn irgendeine Situation in der Sendung passiert, dann weißt du, jetzt passiert es. Und manchmal ist es dann auch die Stille, die man einfach aushalten muss. Gibt es denn auch noch, also ich meine, ich kriege die Frage jetzt auch manchmal gestellt und ich tue mich schwer, sie zu beantworten, aber dennoch, gebe ich es jetzt mal an dich, gibt es denn noch so Leute, wo du sagst, die wären schon prädestiniert mal mit dir in der Sendung, die bislang noch nicht da gewesen sind. Ja. Also Frau Merkel hat ja auch noch bislang nicht viel gemacht mit dir, ne? Ja, genau. Ich meine, als Kanzler hast du, das ist auch jetzt bei Olaf Scholz so, da haben wir ein bisschen den Standortnachteil. Wir sind in Hamburg, das ist nicht so ganz einfach dann immer für die, für den Kanzler faktisch. Aber hast du dich zum Beispiel geärgert, das erste Merkel-Gespräch nach ihrer Amtszeit hat sie jetzt dem Spiegel-Journalisten, dem Alexander Osang gegeben. Ja, ich glaube, die kennen sich gut, glaube ich. Genau, hat ein Buch geschrieben über sie. Aber hast du gedacht, Mensch, das hätte sie auch bei uns machen können? Ja, immer herzlich willkommen. Klar hätte sie das machen können, aber bitte, also es ist völlig in Ordnung. Ich verstehe auch, warum sie diese Form wählt. Ist auch schön, in so einem Theater, das so zu machen und trotzdem zu wissen, dass es gehört wird. Ich meine, Angela Merkel muss niemandem mehr irgendwas beweisen. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, zu sehen, wie die Leute selber dann auf ihre Amtszeit so draufschauen und dann noch sagen. Aber gibt es noch andere außer Angela Merkel, wo du sagst, das wäre schon hilfreich, wenn die mal kämen oder das wäre nochmal so ein Ziel? Ja, also, diese ganze Russland-Politik zum Beispiel. Angela Merkel, über die heißt es immer, die hat als eine der wenigen verstanden, wie dieser Putin wirklich tickt. Und das hat das mit ihrer DDR-Vergangenheit zu tun. Sie hat das, glaube ich, auch mal beschrieben in Bezug auf die chinesische, kommunistische Partei und sagte, ich sitze dem gegenüber und ich weiß ganz genau, was der denkt. Ich weiß genau, wie der ist, weil das ist dieses, dieser alten Kader, die weiß genau, wie das funktioniert. Und ich glaube, die hat sich auch bei Putin nie eine Illusion darüber gemacht, wie der wirklich ist. Aber wenn das so ist, dann muss man ehrlich gesagt erst recht fragen, warum dann diese Abhängigkeit? Warum, ich glaube, da haben wir, da hätte man was aufzuarbeiten, ja. Also, das heißt, Merkel wäre schon noch eine andere Person? Also, irgendwelche anderen Wildcards? Ja, an Gerd Schröder hätte ich ähnliche Fragen, zum Beispiel, ja. Internationale Politiker oder andere Politiker, die dich irgendwie, oder auch überraschende Personen aus der Nische, die man nicht so im Blick hat? Wenn ich jetzt anfangen würde, wirklich mal ein bisschen nachzudenken, ich beneide dich um dein Gespräch mit Uli Hoeneß übrigens, sehr empfehlenswert. Ja, super. Vielen Dank, ja. Wirklich, ja. Uli Hoeneß. Aber Uli, der liefert auch immer ab, ne? Ja, Uli Hoeneß würde ich mich wahnsinnig gerne mal unterhalten. Das wird das doch bestimmt machen, wenn du ihn ansprichst. Wir haben es immer wieder versucht, hat aber nicht funktioniert, ich, aber irgendwann wird es gehen. Vielleicht kannst du mal ein gutes Wort für mich einladen. Versuche ich gerne. Ja. Also, das heißt, ihr habt ihn in die Show eingeladen? Ja, ja, genau. War aber auch die schwierige Zeit und so weiter und dann will man sich auch nicht so exponieren. Aber ich, Uli Hoeneß, ja. Mir geht es ja mittlerweile so, dass ich total, guck mal, jetzt ruft ihr hier gerade. Uli Hoeneß an. Nee. Oh, oh. Kenne ich auch gut. Ja, kenne ich auch gut. Auch ein Mann mit einer wahnsinnigen interessanten Geschichte. hat sich gerade auf dem Handy Thomas Middelhoff an. Ich wundere mich. Wir müssen schon mal zurückrufen. Ist das eine Geschichte? Absolut. Thomas Middelhoff, mit dem hatte ich ja das erste Interview nach seinem Gefängnis aufgenommen. Ja, der war häufiger bei dir in der Show. Ja. Und da merkst du halt auch, was der so zu sagen hat. Kennst du dieses berühmte Foto Thomas Middelhoff? Klar. Das erzählt der Thomas auch gerne. Ja, genau. Erzählt er gerne, aber das ist ja wirklich ein irres Foto. Also das Foto, das hängt auch, glaube ich, bei ihm zu Hause. Das Foto, genau, erklär. Von Andy Leibowitz fotografiert, dieser berühmten Fotografin auf einer Konferenz irgendwie in den USA, wo so von der Sun Valley Conference heißt das. Da kommen so von der Investmentbank eingeladen, so die allergrößten des Silicon Valleys schon seit Jahrzehnten zusammen. Und das war damals, weil die Zeit, dass er Bertelsmann-Chef war, war er damit eingeladen, weil er auch eine Rolle spielte im Silicon Valley. Genau. Und gleich war er auch eingeladen, Bill Gates, der junge Jeff Bezos, Steve Jobs, alle auf diesem Foto drauf, nochmal die Oprah Winfrey, die Chefs von Disney, Rupert Mörder. Das ist total irre. Und alle stehen da, wie so ein Klassenfoto, so diese Kaliber und daneben da halt Thomas. Genau, mittendrin. Hinter ihm, glaube ich, Jeff Bezos, habe ich das falsch im Kopf. So ungefähr. Rockt da vor ihm irgendwie noch. Total irre. Und dann sitzt noch, ich glaube, der Typ von Yahoo oder so, sitzt auf so einem weißen Schimmel im Hintergrund. Da sitzt so ein weißes Pferd. Ja, 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 ja. Das habe ich jetzt gar nicht so präsent, aber dieses Foto ist halt beeindruckend. Das sind einfach die größten Tech-Chefs, die es auf diesem Planeten gibt. Das sah man schon auch. Und es ist hochinteressant, Thomas Mittelhoff dabei zuzuhören, wie er erzählt, wie der junge Jeff Bezos in Gütersloh anreist, um Bertelsmann davon zu überzeugen, doch Anteile an Amazon zu kaufen, weil er dringend Investoren und Geld braucht. Und Thomas hätte es ja machen wollen, sagt er. Also ich denke, das stimmt, weil er erzählt hat, es ist glaubwürdig. Und warum sollen wir, ne, das ist dann... Hier AOL, AOL, genau, wie heißt das, Steve Chase, ne? Ja, ja, ja. Glaube ich, ne? Ja. Glaube ich, Steve, genau, ich glaube auch, ja. Ich meine, der war da ja auch, spielt auch eine wichtige Rolle, ja, Google macht. Er ist ein enger Freund von ihm, hat er mir vor... Ja, ja, genau, genau. Und dann erzählt er, wie Jeff Bezos von Amazon, damals, der hat noch zu der Zeit seine Pakete selber verpackt, zusammen mit seinem... Steve Chase. Steve Chase, ne? Also du bist also doch in der Digital-Business-Szene drin. Ja, bisschen, bisschen, bisschen. Und wie Jeff Bezos, der zu der Zeit wirklich seine Bücher noch selber verpackt hat, mit seiner Frau zusammen, das war ja ein Buchverein eigentlich, ne? Und deswegen dachten die halt, also Amazon dachte, Buchclub, Bertelsmann und so, das passt doch irgendwie gut zusammen, da können wir euch jetzt mal die nächste Stufe erreichen. Total irre. Und dann erzählt er, wie der da anreist mit so einem Rucksack und mit so einer schlechten Jeans und so einem weißen T-Shirt, so, wie die halt so sind und dann trifft er auf diese ganzen Manager in Nadelstreifen und so weiter und die sagen, nee, wir sind nicht interessiert. Das ist wirklich... Aber die hätten richtig Anteile kaufen können. Es gibt ja eine parallele Geschichte, also Bertelsmann nimmt keine Anteile an Amazon. Es gibt eine Geschichte, dass auch Google da hatte... Google auch, glaube ich. Es gab auch die Möglichkeit, bei Google mal zu investieren. Für Bertelsmann? Für Bertelsmann, ja. Haben die auch abgelehnt. Also ich kenne die Burda-Geschichte, Entschuldigung, die Holzbrink-Geschichte, wo Holzbrink hat doch StudiVZ gekauft. Damals. Genau. Und dann hatte sich wohl Facebook, der Legende nach, ich war nicht dabei, hatte sich Facebook bei Holzbrink gemeldet und angeboten, sozusagen für StudiVZ oder für das gemeinsame Deutschlandgeschäft. Irgendwie hätten sie, glaube ich, bis zu 10 Prozent von Facebook bekommen. Damals. Krass. Und dann hätten sie nur StudiVZ einbringen müssen. Das wäre dann natürlich heute, ich glaube, Facebook ist 600 Milliarden wert. Es wären 60 Milliarden, das wäre halt so für Holzbrink. Hätten sie diesen Trade damals gemacht. Haben sie gesagt, nee, wir machen das lieber alleine und wir glauben mal hier, wir gewinnen hier in Deutschland mit StudiVZ. Denk mal, ich meine, der Daimler hat die Anteile an Tesla verkauft. Auch so, ja. Für, ich glaube, kaltes Geld. Also Wirtschaft ist schon spannend. Ja, mega spannend. Ja, total interessant. Machst du denn du, sagen wir mal, viel Geldanlage? Also, ich meine, du verdienst ja auch Aktien. 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 Also du bist selber auch? Aktien, Aktien, immer. Auch direkt in Firmen rein oder in Fonds rein? Ja, ja. Kannst du sagen, ich kaufe Dinge, die ich wirklich mag, zu einem Preis, den ich wirklich mag. Ja. Sag mal, so eine Firma, die du jetzt vielleicht noch nicht mehr hast, die du immer lange gehalten hast. Ja, immer. Die Klassiker, Apple, Facebook, Google, Alphabet, ja klar, Meta und so, klar. Also hast du auch in den letzten Jahren, immer dabei. Du bist ja gut gewachsen. Immer dabei. Wirklich? Ja. Und dann, das guckst du dir auch selber an, nochmal, Dinge, die ich wirklich mag, zu einem Preis, den ich mag und dann lasse ich es einfach liegen. Ich gucke da nicht jeden Tag hin, gar nicht. Aber sag mal, es ist ja bei dieser Gleichung, wenn du es jetzt so sagst, von Warren Buffett, natürlich, eine Firma, die man mag, ist ja leicht zu sagen, was mag man, aber den Preis auch wirklich mögen zu können oder zu verstehen, das ist ja die große Kunst. Nein, ich weiß. Und deswegen, wenn du sagst, ich kaufe Facebook zu einem Preis, den ich mag, das unterstellt dir, dass man auch wirklich versteht, was für eine Bewertung ist da jetzt gerade fair, was ist günstig, was ist teuer. immer wahnsinnig, also bitte jetzt hier nicht falsch verstehen, ich gebe absolut öffentlich keine Anlagetipps mehr, weil am Ende ist es natürlich immer ein Risiko und wie ein befreundeter Banker mir immer sagt, Schluss ist erst mal null. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und dann hast du auch ganz schnell Pech. Deswegen sage ich auch nie, pass auf, mach dieses oder jenes. Aber es gibt so interessante Dinge und da glaube ich, bräuchten wir, aber es passiert ja gerade, die jungen Leute sind ja jetzt, die entdecken ja die Aktie wieder. Müssen sie ja. Genau. Und es ist so schade, dass eigentlich durch diese ganze Dotcom-Blase damals, die in den Nullerjahren, ist da ja unfassbar viel unter die Räder gekommen. Da haben wir es auch in jede Richtung übertrieben. Ich weiß noch, da liefen Leute auf dem Forum von RTL rum und zwischen einem Schnitt und dem nächsten raunten sich Menschen irgendwelche kryptischen Namen zu und sagten, das musst du übrigens kaufen. und dann weiter, mach deinen Beitrag und dann wieder raus in der nächsten Kaffeepause wieder. Das übrigens auch. Das waren Firmen, die hatten teilweise eine Garage und teilweise noch nicht mal das. Und die haben das gekauft und dann raunte man sich die Performance zu. 14.000 Prozent plus und so weiter. Und ich habe dann immer gedacht, ja und dann verkauf doch. Ich meine, 14.000 Prozent plus, verkauf doch einfach. Nee, nee, muss man warten und so weiter. Dann ging es langsam runter. Wenn du dich erinnerst, das war sehr interessant. Das war keine, das war ja keine Blase, die einfach so peng platzte, sondern es ging ja relativ langsam, so salamimäßig, scheibchenweise. Das war ja kein Horrorcrash über Nacht. Und ich weiß noch, und das ist interessant, weil Menschen dann so sind, Verlust, es geht runter, es geht runter, es geht runter. und sagst, ja, jetzt bin ich nur noch 12.000 Prozent im Plus. Dann verkauf doch jetzt. Nee, nein, nein, die kommen wieder. Sag, bist du sicher? Ja, ja, 8.000 Prozent im Plus. Ah, sag, verkauf doch jetzt. Hast du immer noch 8.000 Prozent? Machen die nicht. Und dann, jetzt bin ich nur noch 100 Prozent im Plus. Jetzt kann ich nicht verkaufen. Denk, doch, jetzt, du hast deinen Einsatz verdoppelt, verkaufs. Verkauft haben sie dann bei 200 Prozent Minus. Und das ist halt, oder bei Totalverlust einfach. Und das ist krass. Machst du dir manchmal, oder ist man, ich meine, du bist jetzt ja nicht, wie hat Gott gegeben, in diese Rolle rein, bist da so reingewachsen, aber auf einmal bist du auf diesem Berg des, sozusagen der deutschen Fernsehreichweite und des Nachrichtenerklärens und so viele andere sind da ja gar nicht mehr. Wir hatten, ein Spiegelchef hat sicherlich noch so eine Möglichkeiten. Und dann fallen mir gar nicht mehr so viele ein, die über Themensetzungen und, sagen wir mal, auch Personenauswahl oder Themenauswahl so viel Kommunikation steuern können in unserem Land. Also abseits von der Politik. Macht dir das manchmal Angst, dass du da auf einmal da stehst, fast alleine? Ja, das sind, ja, ehrlich gesagt, das nehme ich so gar nicht wahr. Also da sind, sind ja auch all die anderen, die das genauso machen. Also da gibt es schon, schon, aber auch nicht so ein großes Niveau. Ich meine, es gibt dann auch die anderen Talkshows, ein, zwei vielleicht, aber nicht viele. Ja, tatsächlich, ich, auch so diese, diese Beschreibung, die du jetzt gerade gegeben hast, ja, ich sehe mich so gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich glaube auch, die Redaktion sieht sich so nicht, sondern wir machen einfach ganz banal und möglichst handwerklich konsistent unsere Arbeit. Das ist alles. Warum habt ihr denn die Folgen, warum lange Zeit gar nicht bei YouTube hochgeladen? Ja, das kann ich gar nicht sagen. Rechnliche Gründe? Also ich habe mich nur gewundert, weil das irgendwie eine Weile war. Ich kann es dir nicht sagen. Denkst du? Da gab es ja immer wieder, ne, über Content und so, dass, dass die sich einfach alles immer so nehmen irgendwie, das war ja auch, hat ja Matthias Döpfen auch viele kluge Sachen nicht nur gesagt, sondern auch bewegt. Guckst du dir an das, also oder ist es für euch Streaming-Plattform ein Thema? Also Netflix und sowas, ich meine, eure Produktion ist das, oder ist das auch? Ja, ich finde, man muss auch da aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, ne. Da sind wir aber jetzt noch nicht so, muss man sagen, so aktiv, glaube ich, wie man das eigentlich auch sein könnte. Und, sagen wir mal, deine Kochshow, die hast du am Ende eingestellt, also Lanzkocht gab es ja mal. Ja, ja, genau. Also hast du auch eingestellt, um halt solchen Leuten wie Tony Blair, wie du jetzt nicht noch mehr vorstiegst? ach Quatsch, nein, gar nicht. Ich habe das total gerne gemacht und denke total gerne an diese Zeit zurück, aber es war einfach dann immer ein Auserzählt. Einfach vorbei. Hast du dann gespürt, ich habe, das fühlst du mir. Ja, genau. Es war dann, weißt du, irgendwann hast du in jeden Topf mal reingeguckt, irgendwann hast du jede Soße mal probiert und so weiter und es war auch jedes Mal eine Offenbarung und ich mag die alle. Köche sind ja... Bist du selber guter Kocher? Also kochst du viel? Nein. Ich bin ein sehr guter Esser. Du hast jetzt eine Show wirklich fürs Fernsehen gemacht. Ja, 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 total. Aber ich habe ja da auch nie gekocht. Die Sendung hieß absurderweise Lanz kocht, aber eigentlich hätte sie heißen müssen Lanz lässt kochen. Ja, genau. Gott sei Dank haben die anderen gekocht. Das willst du nicht essen, was ich koche. Aber die Köche an sich haben mich immer fasziniert, weil das sind so ganz unabhängige Persönlichkeiten, faszinierende Leute, Köche sind faszinierende Leute. Für dich ist jetzt ja eigentlich so die letzte Stufe dessen, was man erreichen kann, ist einfach jetzt nur noch noch mehr Strecke machen und über die Dauer zu einer Art Legende oder noch mehr Legende werden, weil man halt jetzt in 30 Jahren gemacht hat. Ja, ja. Du kannst jetzt ja, Obama hast du jetzt gehabt, die Show hat die Relevanz, die sie hat. Eigentlich ist doch jetzt nur noch, sagen wir mal, ganz viel Konsistenz und Frequenz durchhalten. Einfach durchsurfen, meinst du einfach so? Ja, das ist ja die Leistung. Aber weißt du, was das Interessante ist, Philipp? Und ich glaube, da gibt es wieder eine Parallele zwischen uns beiden. Ich habe das so nie gesehen und auch nie so geplant, sondern Dinge passieren. Ich habe immer an die, an harte Arbeit geglaubt und ich habe immer daran geglaubt, dass man, dass man wirklich sich anstrengen muss, teilweise auch über so bestimmte Punkte hinweg und alles andere passiert dann. Das ist das, was ich eingangs meinte. Das stört mich auch total, dieses, gerade bei unseren Kindern auch. Wir sollten das nicht machen. Wir sollten denen nicht sagen, das und dann passiert B und dann passiert C und so geht es dann weiter. Gott, wie langweilig ist das? Wie furchtbar langweilig ist das? Hättest du jemals gedacht, dass du hier sitzt und so? Nein, nein, nein. Das meine ich doch. Das ist dir am Ende auch widerfahren. Und bei mir war es genauso. Das ist mir passiert. Ja, ich weiß, ich habe angefangen hier in Hamburg in einer Werbeagentur und da gab es, ich weiß, damals der Chef, ich bin dann dorthin, ich habe, ich glaube, 6.000 Mark verdient und dann sagte ich, ich kündige jetzt. Ich gehe jetzt zu Radio Hamburg. Ich mache dort ein Praktikum und dann sagte er, okay, ich gebe dir 7.000. Ich habe gesagt, nee, möchte ich nicht. Wer redet von Jahresgehalt? Nee, Monatsgehalt. Aber 700 dann? Nee, nein, nein, nein. 7.000 Mark. Ich habe richtig Geld verdient dort. Ach so, okay. Richtig Geld verdient. Und er so am Tag? Sag, nee, im Monat. Und dann sagt er, und ich mache es trotzdem. Und dann war eine Pause und dann sagt er, ich habe noch nie jemanden erlebt, der seine Karriere so die Kloschüssel runterspült, wie sie gerade jetzt. Und dann sitzt du da und denkst, ja, was, wenn er recht hat? So. Aber ich habe es einfach gemacht. Es war ein volles Risiko. Aus heutiger Sicht kann man sagen, sehr leicht sagen, ja, alles richtig gemacht. Aus damaliger Sicht Katastrophe. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich wollte das unbedingt machen. Wie ist deine Beziehung zu, sagen wir mal, beim ZDF? Gibt es ja mit leider dich und es gibt aber auch als großes Gesicht, kann man ja fast sagen, mit leider Jan Wimbermann. Habt ihr einen Austausch regelmäßig? Nicht wirklich, weil Jan, ihr arbeitet ja auch sehr, sehr viel. Wir hatten mal einen interessanten Austausch, wie du weißt. Genau, auf dem Podium. Auf dem Podium. Mit Jibane Leverenzo. Weil, genau. Da hat es richtig Kaboom gemacht. Genau. Also da kann man YouTube nachgucken. Naja, genau. Das ist interessant zu sehen. Ging es um das Stichwort False Balance und so. Ja, es war interessant. Aber ich, nee, ich verfolge, was Jan da macht. Die machen ja zum Teil wirklich richtig gute Sachen. Auch finde ich, scheint eine... Auch mittlerweile großen Quoten erfolgen. Ja, auch eine tolle Redaktion zu haben. Und ich finde, wer konstant seit vielen Jahren einfach immer gleichbleibend gut abliefert sind, die Leute aus der Heute Show. Und es ist Comedy. Aber wenn du hinguckst, dann siehst du immer, da ist auch ein ganz tiefes politisches Verständnis da. an. Markus, es hat mir unfassbar geholfen. Ich weiß jetzt, das wird ein großer Podcast. Das ist der 500. Danke dir sehr. Also vielen, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Hat Spaß gemacht. Dass du jetzt irgendwie hier in diesem warmen Studio mittlerweile... Wirklich. ...hört die Lampen an. Das ist unvorstellbar. ...dass du das gemacht hast. Also ich sage mal so, wenn der Klimawandel voranschreitet, wir haben heute definitiv dazu beigetragen. Trainiert haben wir, trainiert haben wir. Also für einen Grad Erderwärmung sind wir heute hier zuständig. Mit den Kameras meinst du? Ja, einfach mit dieser Hitze hier drin. Wenn du jetzt aufmachst, dann rauscht die Temperatur nach oben. Ja, Mann. Lass uns versuchen, das irgendwie abzuwenden. Wirklich, ja. Wirklich, ja. Also... Das ist wirklich, ich sage dir, das ist das größte Ding, mit dem wir zu tun haben. Ist so, oder? Absolut, ja. Das ist das große Ding. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Und da merkst du auch den Frust der jungen Leute. Die haben einen Hals auf uns Boomer. Wir gehen denen auf den Keks. Weil die sagen, wir haben es versemmelt. Und die haben ja auch recht. Ist so. Aber was kann man tun? Was kann man tun? Ja, wir müssen jetzt da ran. Wir müssen jetzt wirklich ran. Und alles, was technisch machbar ist, müssen wir machen. Und wir müssen jetzt, ich sage mal, einen Po zusammenkneifen und los geht's. Wirklich. Das ist jetzt ja, dieser Neubauer hat da ein bisschen, das fand ich unglücklich, das mit dem Pipelines sprengen und sowas. Ja. Und sofort hast du da so ein Narrativ, jetzt wären das Terroristen und so. Ja, genau. Es ist einfach nicht so einfach da jetzt. Also ich meine, du merkst, wie groß der Druck ist und wie auch mittlerweile die Wut da ist. Ja, genau. Denen geht einfach die Geduld aus, weil sie halt sehen, was passiert. Und dann kommt, weißt du, das Problem ist, da prallen ja zwei Wirklichkeiten aufeinander, die eigentlich unvereinbar sind. Politik ist die Kunst des Kompromisses. Und ein Politiker stellt sich hin und sagt, guck mal, wir haben doch das gemacht. Aber das war halt mit der FDP oder mit wem auch immer nicht zu machen. Und die FDP stellt sich hin und sagt, haben wir doch, aber die Grünen, die spielen da einfach nicht mit. Aber die müssen miteinander klarkommen. Die sind gewählt, das haben wir übrigens gemacht, wir haben die gewählt und die versuchen das irgendwie zu machen. Und dann kommt aber so eine Wirklichkeit, die ist einfach eins oder null. Klimaveränderung ist eins oder null. Das ist schwarz oder weiß. Am Ende ist es einfach eine ganz schlichte, harte, moralische Frage. Es ist gut oder böse. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Bist du für gut oder bist du für böse? So hart muss man es sagen. Und das funktioniert nicht. Kompromiss, ein bisschen, aber nicht zu viel, gegen etwas, was keine Entscheidung, die ein bisschen ist, erlaubt. Aber wie willst du das Millionen von Menschen erklären? Ich weiß. Das Problem ist ja, dass es viele sehen, aber natürlich Millionen sagen, aber deswegen soll ich nicht mehr nach Mallorca fliegen dürfen, deswegen soll ich kein Fleisch essen mehr dürfen. Das zu erklären, ist völlig unmöglich. Ich bin da nicht so pessimistisch, Philipp. Ich sehe viele, viele junge Leute, hör dich mal um, wie viele von denen Vegetarier sind zum Beispiel. Oder ganz bewusst Fleisch essen. Also diese ganze Nackensteak-Debatte, die geht mit Tiersch auf den Keks. Man denkt, bitte, darum geht es doch echt nicht mehr. Natürlich dürfen Leute ihr Fleisch essen, aber wir werden in Zukunft sowieso Fleisch anders irgendwann herstellen. Wir werden es künstlich züchten. Es werden auch keine Tiere mehr dafür sterben müssen. Es ist dann irgendwann, Gott sei Dank, alles vorbei. Massentierhaltung wird es wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr geben. Und dann wird das auch CO2-neutral funktionieren und so weiter. Aber die große Thematik ist, weißt du, noch reden wir darüber und müssen Leute überzeugen. Der Punkt ist, wir kommen immer öfter in Situationen, wo wir es wirklich spüren. Es gibt Weltgegenden in Pakistan zum Beispiel, da kühlt es nachts nicht mehr unter 40 Grad ab. Wir werden es jetzt in Indien, wenn es nachts nicht mehr unter 40 Grad abkühlt, dann wird die Temperatur in Teilen des Nahen Ostens zum Beispiel, wir waren in den letzten Jahren viel im Nahen Osten unterwegs, wirklich viel. Das ist krass. Das wird im Sommer bald unbewohnbar sein. Im Sommer. Das wird unbewohnbar sein. Da kannst du nicht mehr sein. Wenn du dann irgendwann eine Luftfeuchtigkeit hast, die dann auch noch nachzieht, dann ist das physiologisch für uns Menschen lebensgefährlich. Dann können wir dort nicht mehr sein. Was aber zum Beispiel interessant ist, ist wiederum, wenn du nach Israel guckst, Wasser. Wasser ist das Thema, auch Kriegsgrund, ja, im Nahen Osten. Aber die Israelis haben das so gut aufgestellt mit extrem cleverer Bewässerung, diese Tröpfchenbewässerung und so weiter, aber auch mit Wassergewinnung, dass die mittlerweile Wasser verkaufen, obwohl es eigentlich gar kein Wasser gibt. Durch Entsalzungs, genau, durch Entsalzungsanlagen und so weiter. Das ist die andere Seite. Dann fährst du runter zum Toten Meer und siehst, dieses Meer gibt es gar nicht mehr. Dieses Tote Meer ist eigentlich, es sind zwei Meere. Da laufen mittlerweile teilweise so Landzungen durch, weil einfach der Spiegel so weit abgesackt ist, dass das keine verbundene Wasserfläche mehr ist in einem Toten Meer. Dann siehst du den Jordan zum Beispiel, in dem Johannes der Täufer unterwegs war und so weiter, biblischer, großer Ort. Das ist ein Rinnsaal. Da wird so viel Wasser rausgezogen, das ist eigentlich gar kein Fluss mehr. Man denkt, das ist ein großer Fluss der Jordan. Nein, ist er nicht mehr. Es ist vorbei. Und das sind halt, guck dir den Colorado River an in den USA. Das ist mittlerweile ein Rinnsaal. Und das ist das, was da passiert. Orte, wo es, ich habe das schon vor vielen Jahren, schon vor zehn oder zwölf Jahren in Äthiopien gesehen. An der Grenze da oben, bei den Afar, das ist an der Grenze da, Somalia, Eritrea, Äthiopien. Da ist der afrikanische Grabenbruch. Das ist der heißeste Ort auf dem Planeten. Da gab es damals Temperaturen von 50 Grad und darüber. Und wenn du dann mal am Boden misst, da wo was wachsen soll, hast du 60 Grad. Wie soll denn da noch was wachsen? Das ist irre. Da habe ich Leute getroffen, die haben mir erzählt, Nomaden, da hat es seit drei Jahren einfach keinen Tropfen geregnet. Ich war dort, da ist denen das letzte Kamel umgefallen. Ein Kamel. Umgefallen, einfach verdurstet. Ich weiß noch, ich habe ein Wasser getrunken damals aus einer Flasche, werde ich nie mehr vergessen. Das ist ein Staub, der ist so, so fein, weil es einfach jahrelang nicht mehr regnet, dass der in jede Kamera, in jede Ritze überall eindringt. Und ich habe dann Wasser getrunken und dann fiel mir, oder ich habe das glaube ich dann so die letzten Tropfen einfach so rausgekippt aus dieser Flasche, einfach so auf diesen ganz trockenen Staub und dann saßt du diese zwei, drei, vier, fünf, sechs Wassertropfen auf diesem Staub und sofort stürzte so eine kleine Ziege sich auf diese Wassertropfen und hat die sofort aufgelegt, weil sie so durstig war. Das war Wahnsinn. Bist du denn trotz all dem optimistisch oder bist du eher fasziniert? Ja, ich glaube, dass wir, also wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, wir müssen CO2 wirklich aus der Luft holen. Carbon Capture, ja, ist das Stichwort dazu. Also irgendwer muss er finden quasi? Ja, das gibt es schon. Aber ausrollen. Es gibt Schweizer zum Beispiel, die das machen, in Island zum Beispiel, ist ja auch die Frage, wenn du CO2 aus der Luft holst, das braucht Energie. Woher kommt diese Energie? Wenn die wieder CO2 verursacht, dann hast du nichts gewonnen. Dann ist es sinnlos. Deswegen kannst du das zum Beispiel in Island, das ist eine Schweizer Firma, die das machen. Island hat Geothermie. Da ist unendlich Energie verfügbar durch diese heißen Quellen und die Hitze im Boden und die ziehen dort sozusagen CO2 aus der Luft und verpressen das dann. und das scheint zu funktionieren. Wenn man sowas skalieren könnte, dann wird das funktionieren. Aber ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit Bill Gates mal vor vielen Jahren am Bodensee, haben wir den mal getroffen und da haben wir auch ganz kurz über Klimawandel gesprochen. Und er sagte damals etwas sehr Interessantes. Er sagte, Markus, das größte Problem am Klimawandel ist, it's a slow, slow thing. Und das stimmt. Es ist langsam und deswegen verstehen die meisten Leute nicht, was dort passiert. Und da ist es natürlich Aufgabe von Politik wirklich zu führen. Das ist die klassische Aufgabe von Politik. Entschuldigung. Ja, nein, also das liegt mir auch am Herzen. Also mir geht es mittlerweile so, wenn es vollkommen ahnungslos, ich bin ja auch Laie, ich gucke mir das an und versuche es ein bisschen zu verstehen, aber dann gibt es so Tage wie heute, wo es in Hamburg 30 Grad sind, Ende Juni. Und ich kann es eigentlich nicht genießen, weil ich denke, ist das überhaupt noch normal? Ist das jetzt richtig? Ist das nur ein Vorbote? Das ist doch eigentlich problematisch. Genau das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Ich finde, wenn jetzt mal schönes Wetter ist in Hamburg, dann darf man das auch mal genießen. Tatsächlich. Okay, dann machen wir es jetzt. Wirklich. Das meine ich. Wir müssen schon auch aufpassen, dass die Leichtigkeit nicht komplett flöten geht. Wenn wir alles immer so hoch ideologisch und moralisch aufladen, dann wird es immer schwerer. Ja, ja, ja. Also deswegen jetzt an den Strand. An den Strand. Markus, vielen Dank, dass du da bist. Danke dir. Alles klar. Hat Spaß gemacht für dich. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.